Tag und willkommen zum hochgradig entspannten Star Citizen Geldfarm. Hoffentlich hochgradig entspannten Star Citizen Geldfarm. Wie geht's euch? Ich sehe gerade, ich habe den verkehrten Twitch-Chat auf. Noch vom guten Dave. Ja, ich habe so ein bisschen so denselben Mode wie gestern. Ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, dass wir so einen Chill-Stream gemacht haben. Und das machen wir einfach direkt nochmal. Obwohl ich heute echt einen geilen Start in den Tag hatte, muss ich sagen. Ich habe nach dem Aufstehen erstmal einen Spaziergang gemacht. Alter, Sonne. War voll nice. Ich bin in letzter Zeit einfach so ein komplettes Kellerkind. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch mal... Mache ich da erstmal einen entspannten Spaziergang. War richtig geil. War auch nicht super lang. Irgendwie 20 Minuten. Einmal hier ein bisschen durch die Gegend gestratzt. Frische Luft geschnappt, Sonne getankt und dann direkt Video recordet. Das kommt dann auch noch. Wie ist es auf Twitch mit dem Delay? Da könnt ihr mir bitte mal sagen. Ich habe letztes Mal war grauenhaft. Wenn ich hier SC gespielt habe. Genau. Also ich will ein bisschen ganz entspannt erstmal gucken, was wir so mit der Prospector und der Walscher machen können. Problem ist, ich habe noch gar keinen Mining Laser. Das heißt also, den muss ich mir jetzt mal als erstes holen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, was aktuell so die guten Sachen sind. Dementsprechend werde ich beim Mining heute einfach komplett dieses... Ich farme einfach alles, was mir über den Weg kommt rein und verkaufe es einfach. Und gut ist. Gar nicht großartig irgendwie versuchen, irgendein Meta-Farming zu betreiben oder so. Ich habe von Mining offen gesagt, eh, absolut kein Dunst. Wie lange spielst du schon? Es ist hier knapp über ein Jahr. Das verstößt gegen G-Mail-Gesetze rauszugehen. Ich weiß. Aber ich habe kein Gras berührt. Darauf habe ich extra geachtet. Extra aufgepasst, es ist kein Gras berührt. Also hier gibt es keine Mining Laser. Aber ich wollte mir noch ein Multitool holen. Ah ne, warte mal. Ammo heißt der andere, ne? Ammo and Weapons. Oder Live-Fire-Weapons. Einmal ein Multitool, Alter. Äh, Illen Payne, danke für acht Monate. Und Gordy Jameson, danke für 23 Monate. Sehr stabil. Hä? Gibt es den Scheiß hier gar nicht? Es gibt hier kein Multitool? Wie weird ist das denn? Gibt es das hier drüben, oder was? Strafe muss sein. Ja. Okay. Weil ich kein Gras berührt habe, Bewährung. Passt. Ne, es gibt ein Multisuit. Okay, wir können uns in der Wald schon natürlich theoretisch so ein Ding auch drucken. Und wir brauchen es natürlich nicht unbedingt in der Prospector. So, eine Frage an die Backseat-Faction. Wie sieht's aus mit Mining-Lasern? Was ist der gute, ultimative, all-around Mining-Laser? Ihr dürft kurz Backseaten. Weil ich schätze mal, das Ding, was standardmäßig dran ist, ist Trash. Es kann sein, dass wir heute auch ein paar Probleme kriegen. Also, ich hatte Schwierigkeiten mit dem Internet heute. Ich weiß nicht, wie gut der Stream dann laufen wird. Ihr müsst mir dann mal sagen. Äh, da geht's lang. Gott, wie lange bin ich denn nicht mit einer Prospector geflogen? Oh, Bruder. Da fällt mir gerade was ein, Alter. Die sieht ja aus wie Scheiße. Wir müssen erstmal noch Microtech. Und das Ding einfärben. Ich hab noch ein Paint rumliegen. Den ich mir irgendwie vor ein paar Tagen nur extra geholt hab. Für den Fall, dass ich mit der Prospector nochmal einen Ausflug mach. Aber da ist ein Atlas, glaube ich, drin. Oder hab ich da so ein... Ne, warte mal. Ich glaube, ich hab ein... Ich glaube, ich hab hier so ein Burst oder sowas reingepackt. Das heißt, wir müssen uns auch noch ein Atlas holen. Ja, dann haben wir erstmal eine Aufgabe. Warte mal, den Atlas gab's, glaube ich... Gab's den hoher L5? Ich glaube, irgendwas mit L5, warte. Ich guck kurz nach. Moment, jetzt guck ich nach. Urkel Games. Okay, keiner weiß, welcher Laser. Das ist schon mal gut. Mining Lasers. Guck ich mal selber. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Helix war nicht schlecht. Oder war es der Impact? Ach Gott, ich weiß das auch nicht. Ich hatte doch so eine geile Seite gefunden, wo man das nachgucken konnte. Da. Alter. Bruder, also zwei Sachen Neid und ganz wichtig, das Erste, das hast du garantiert aus Versehen gemacht, du hast einen Teepee-Sub gemacht, das ist ein wiederkehrender Teepee-Donation. Das ist eine wiederkehrende Donation, die wird nächsten Monat genau so wieder abgebucht. Ich glaube nicht, dass du das möchtest. Das sage ich dir nur vorweg nochmal in aller Dringlichkeit. Cancel das einfach für den nächsten Monat. Also du kannst einfach sagen, nächsten Monat bitte nicht abbuchen. Nicht, dass du dich nachher ärgerst, weil du musst dich da mit Teepee-Stream anlegen. Ich kann da nichts machen. Das läuft komplett über den Anbieter. Da habe ich überhaupt gar kein Mitspracherecht, was das angeht. Die zahlen mir das aus und dann knibbeln die dir das irgendwie über ein Inkasso-Unternehmen rein. Das muss ja nicht sein. Aber vielen Dank für 200 Euro. Hättet ihr auch 50 Subs geschenkt, aber ich gönne dir die ganze Summe, bevor der Jeff 50% bekommt. Ja, da sage ich natürlich nicht nein. Also vielen Dank für die super großzügige Donation. 200 Euro ist halt massiv stabil. Vielen, vielen Dank. Aber guck bitte, dass du da nicht nächsten Monat wieder abgebucht wirst. Das wäre halt nicht so schön, wenn du dich darüber ärgern musst. Cap Ace und danke für 46 Monate. Das ist aber auch krass. War da echt der Abo ganz gut. Das kann sein. Mann, das Ganze. Äh. Genau, ich hatte bei Knebel nämlich hier in einem Video hat er so ein Mining also Knebelsatt, Helix 1, Riga C3 und Focus 3 Modul rein. Gucken wir mal. Helix. Es hat sich ja alles geändert. Es ist ja gerade erst alles neu. Wo gibt's denn die Module überhaupt? Wo gibt's denn die Module überhaupt? Focus 3 Modul. und ein Riga C3. Erstmal alles rausschmeißen, was ich gar nicht kaufen will hier. So, und dann noch ein Atlas. Genau, den Atlas gibt's. Hohe L5. Hat mir tatsächlich richtig gemerkt. Krass. Dann fliegen wir da mal zuerst hin. Natürlich ein bisschen Banane, dass wir jetzt dann den den Burster liegen lassen müssen, aber so teuer ist der jetzt auch nicht. Ich denke bei dem Raumschiff immer, ich bin rangezoomt, weil die Scheibe so riesig ist. Es ist so ein geil übersichtliches Schiff. Bruder, 200 Euro, ey. Völlig krass. Ähm, das musst du da, wo du eigentlich auch diese Donation gemacht hast, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, also ist das denn da nicht so klar definiert oder so? Weil dann muss ich die Dinger vielleicht mal abschaffen, diese, diese Teepee Subs. Die Schwierigkeit dabei ist einfach, du hast halt einmal die neue Version von der Teepee Webseite, wo du alle Bezahlmöglichkeiten hast. Da bieten sie das an. Und unter der alten gibt's dann bestimmte Kreditkarten und Paysafe Cards und so nicht. Aber dafür gibt's da halt diese Teepee Subs nicht. Aber es ist eigentlich komplett optional. Also normalerweise sollte das eigentlich, ähm, finde ich, so klar definiert sein, dass man das auch sieht. Aber ich sag's den Leuten immer sicherheitshalber und scheinbar war's dir nicht klar. Von daher gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Genau, der Grüne erhöht den Bereich und der Helix ist wohl eh schon ein bisschen sehr klein und deswegen benutzt man dann das Modul. Ist halt die Frage, eigentlich wäre mir am liebsten, ich hab so einen All-Around-Laser. Also einen, der halt einfach dass wir einfach irgendwas weglasern. Das ist der Größte, minus 60%. Das ist mir zu doll. Okay, also der Arbor hat plus 25 Resistenz. Also da kriegst du halt die harten Brocken nicht mit weg. Der Impact ist Schmutz. Ah, okay. Na, scheinbar ist der Arbor so ziemlich der Einzige, der eigentlich nur Resistenzen erhöht. Alter, was zur Hölle ist denn jetzt bitte passiert? Digga. Nein! Nein, du sollst doch nicht die Donation komplett canceln. Das ist schon völlig okay. Hey, was machst du denn? Es geht darum, dass du nicht nächsten Monat nochmal bezahlst. Du kannst ja für nächsten Monat abbestellen, die Zahlung. Die von heute kannst du auch drin lassen. Jetzt gibst der Bezos doch die Hälfte. Was? Was tun? Vielen Dank für 1.870 760 Subs. Ich weiß nicht mehr, wie viele das sind. Ich muss hochscrollen. 50 Abos. Was machst du denn? Jetzt, die kannst du nicht wieder canceln. Oh Mann, Naid, Alter. Was tust du denn? Was tust du denn? Vielen Dank. Aber, also ehrlich gesagt, nach wie vor sind die TP-Donations an sich einfach immer noch das Beste. Weil, wie gesagt, dann kann der Glatzkopf seine Raketen nicht mehr so schnell bauen. Alles gut. Dass ihr kein GameStone habt, liegt übrigens gerade daran, dass ich auf dem Desktop bin. Also nicht wundern. Wir probieren es jetzt einfach mit dem Helix und den Modulen. Vielleicht brauchen wir die Module ja auch gar nicht unbedingt so doll. Ah, Digga. Was ist denn bei dir los, Alter? Vielen Dank auf jeden Fall. Danke, 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 danke. Ja, also der Stream heute ist gesponsert von Night84. Könnt ihr also euch mal fett bei ihm bedanken? Wir haben keinen Sound. Gerne in dem Zustand wieder. Ne, ich glaube, so ein Video mache ich nie wieder. wie das, was ich da hochgeladen habe. Also, worauf wir reagiert haben. Das, äh, muss nicht sein. So. Äh, äh. Hä? Was, wie sieht er denn da an? Äh. 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 Fliege ich jetzt zu der Station oder nicht? Äh. Miu. Einfach Klassiker mittlerweile bei den Streams hier. Schön bisschen... CZ Top. Können wir auf deinen ersten Stream reacten, wie der mal war? Der ist garantiert weg, also... Twitch speichert das ja nicht ewig. Außer du machst halt ein VOD gezielt raus oder so. Oder früher zumindest nicht. Ich glaube, mittlerweile speichern die die auch, aber... Hehehehe. Was ist denn heute los? Zockst du noch mal D4 oder was? Das würde ich erst mal... Doch, doch. Ich zock noch. Ist nur... Ähm... Aktueller ein bisschen boring zu streamen, weil es halt einfach nur Eis... Massen-AOE-Explosionen und alles stirbt. Und... Ähm... Ja, ist... Also ab jetzt habe ich halt einfach nicht mehr so viel zu tun mit dem Charakter, ne? Also ich kann halt eigentlich nur noch Nightmare-Dungeons farmen. Und natürlich dann nachher irgendwie Uberlilith oder so. Aber ja, also... Ich habe schon Bock zu spielen, aber... Aktuell... Mal gucken. Ich freue mich natürlich auf die erste Season. Alle meine Leute, mit denen ich gespielt habe, sind auch ziemlich eingeknickt in dem Game. Mal schauen. Ich hatte erst überlegt, ob ich nicht D4 spiele. Wenn die Server abkacken, spielen wir nachher vielleicht noch ein bisschen D4. Das ist doch ein Deal. Falls das hier unerträglich wird oder permanent irgendwie die Ladung flöten geht, weil der Server kracht. Da müssen wir hin. Lade mir gerade auch Star Citizen runter. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, du hast meinen Referral-Code benutzt. Sonst gibt es Ärger. Sonst gibt es Insta-Bann. Ein Quatsch. Aber wenn ihr euch das Spiel mal angucken wollt, auch zur Free Week, benutzt gerne meinen Referral-Code. Das ist natürlich auch immer ein sehr guter Support für den Content, weil ich habe so einige Raumschiffe, die ich nur deswegen habe. Weil Leute über einen Referral-Code sich angemeldet haben. Und das sind einige Videos und Streams gewesen, die wir sonst nicht gemacht hätten. Wieso fährt der nach vorne? Ich check's nicht. Ich wollte das eigentlich vor dem Stream machen, hier die Vorbereitung für das Raumschiff, aber dann habe ich mir gedacht, dann müsste ich jetzt später anfangen, was ja Quatsch ist. Und außerdem könnt ihr es so quasi dann auch direkt mitverfolgen, was wir reinbauen. Ach da. Wo bin ich? Ich kann nicht mehr so gut gucken. Mein Sohn hat heute versucht, mir die Augen auszukratzen, aus Versehen. Er ist auf mich zugekommen, wollte mich wohl umarmen und ist mit ausgestreckten Wolverine-Krallen mit beiden Händen in meine Augen rein. Und da ich natürlich aufpassen will, dass mein Sohn sich nicht wehtut, habe ich die Augen natürlich weit aufgehabt, weil man natürlich als verantwortungsvolle Person und Erziehungsberechtigter natürlich hinguckt, wenn dein Kind auf dich zugestimmt kommt, damit es dich nicht auf die Fresse packt. Ergo bohrten sich dann kleine Finger direkt in meine Augäpfel. War nicht so angenehm. Also wenn ich heute etwas blind wirke, dann nur... Ach lol! Guck mal, die Vulture ist hier auch. Ja klar, weil wir hier für die Vulture auch einen Drive gekauft haben. Ist ja abgefahren. Da können wir ja eigentlich direkt hierbleiben, aber die Frage ist, gibt es hier den Laser? Was gibt es denn hier? Ne, HUA L2? ARC L2, CRU L1? Okay, das gucken wir gleich. Den Rest gibt es komplett in HUA L2. Okay. The Hotel California. Was ist das denn da? Ach, das sind Schiffe. Habe ich endlich einen Helm auf? Ja. Welcher hat er echt eine beschissene Tag und ich hasse diese bekackten Nägels, Mann? Samstag war, glaube ich, eine Ausnahme, was die Server angeht. Vermutlich, ja. 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 Wie machst du das mit der Gamer, war das eigentlich was? In den VODs ist nichts gespeichert. Es gibt eine extra Tonspur, die separat ist und die ist hinterher im VOD gespeichert und in den YouTube-Streams wird das gar nicht mit übertragen, von Anfang an nicht. Twitch hat das doch irgendwie so mit denen geregelt, dass das in VODs nicht gespeichert werden darf und in Livestreams ist halt toleriert, erlaubt, Grauzone, wie auch immer. So, was wollte ich jetzt hier? Ach ja, genau. Platinum Bay. Jetzt müssen sie nur noch einbauen, dass man als Zuschauer zwischen den beiden Spuren im Live-Modus wählen kann. Also einfach Dualton. Dann können nämlich die Leute sagen, okay, ich will lieber ohne Mucke, was ja auch so übertragen wird. und guck mal, 17k, das geht ja. Rampart, das ist ein Size 2. Size 1, Grade A. Ach so, warte mal, habe ich jetzt aus Versehen vielleicht meinen Schild aus der Prospector ausgebaut? Das könnte eventuell sein, das wäre natürlich nicht so geil. Nee, ein Bulwark reingebaut. Schmutzschild, aber egal. Fucking Bulldog Repeater. Also wenn du mit dem Ding angegriffen wirst, natürlich einfach vorbei. So, dann machen wir die Karre noch schick. Und dann wird erstmal ordentlich abgelasert. Ich denke mal, wir fangen einfach mit dem Prospector Mining an und wechseln dann nachher auf die Waldschirm. Um erstmal zu gucken, wie überhaupt die Server halten hier. Ja, genau. Wie lange bist du noch live? Hab erst gestartet. Ich hab auch gerade erst gestartet. Also, in Anbetracht der fetten Supportierung durch den lieben Knight gehe ich mal davon aus, dass wir heute durchaus noch ein Weilchen machen. Das wäre ja richtig frech, jetzt Feierabend zu machen. Imagine, Alter. 50 Subs, 200 Euro. Tschüss, Leute. So, Prospectore. Dann fliegen wir jetzt erstmal hohe L2, holen die Gadgets und danach Hangar 2. Danach machen wir noch ein Paint drauf und dann geht's ab. Da ist ja sogar ein blauer Akzent dran. Das wusste ich gar nicht. Das Standardscan sieht auch nicht schlecht aus, ne? Oh, hab ich lange nicht gemacht. Freue ich mich richtig drauf. Das habe ich früher gerne gemacht und jetzt haben sie es ja überarbeitet. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht so hundertprozentig den Durchblick, wie das jetzt funktioniert. Ich habe nur irgendwie das so verstanden, dass es jetzt so ist, dass teilweise die Vorkommen weiter weg sind von den gut bezahlenden Ports, wo man es dann einschmelzen kann oder verkaufen kann. Um halt das ein bisschen attraktiver zu machen, rumzufliegen. Und das halt Quantenum jetzt nicht mehr unbedingt das ist, was man meint, sondern man nimmt halt Gold, Bexalit oder sowas. Ich werde heute jetzt erstmal einfach alles lasern, einfach um überhaupt wieder ein bisschen ins Mining-Game reinzukommen und hast du es auf? Ja. Muss mich mal angewöhnen, die Route vorher zu planen, weil es ist natürlich ziemlich dumm, wenn dann sich jemand angreifen will. Ja. Oh Gott, das liegt ja voll auf dem Weg, Alter. Warte mal, vielleicht können wir die Station selbst direkt anwählen, das ist immer ein bisschen angenehmer. Ja. Sonst haben wir nachher wieder das Problem mit dem Quantum-Anvisierungsgerät. Du, natürlich mache ich mir Gedanken darüber, wenn einer aus Versehen so eine dicke Donation reinhaut, weil er mir was gönnt und dann nächsten Monat wird es abgebucht, nochmal, weil er es vielleicht falsch verstanden hat. Deswegen, ich sage das lieber. Ich mache mir da keine Sorgen, aber ich weise zumindest drauf hin. Es gibt bestimmt auch Leute, die hätten jetzt gesagt, oh geil, Alter, nächsten Monat nochmal 200, ich sage mal lieber nix. So ein Typ bin ich nicht, das wisst ihr aber auch. Ich freue mich über Support sehr, aber ich will die Leute nicht ausnehmen. Letzten Endes hat jeder ja auch die Option einfach zuzugucken, das ist eh der beste Support. Egal, ob auf Twitch oder auf YouTube, je mehr Leute zugucken, desto besser läuft es ohne einen Strich immer. Das ist einfach Gesetz der Sache und insbesondere bei YouTube natürlich, wenn ihr sagt, man, so Leute, die sagen, ich würde auch gerne mal einen Sub droppen und so, aber ich habe nicht so viel Geld, wenn ihr abends mal eine halbe Stunde Zeit habt oder auch nur 10 Minuten, guckt einfach irgendein Random Video von mir, schreibt noch einen Kommentar, lasst ein Like da, habt ihr mich wahrscheinlich besser supported als mit einem Sub. Also, ihr macht euch bitte auch keinen Kopf dann im Umkehrsinn. Ich habe übrigens einen Pledge für die HAL-C. Wenn also der neue Cargo die neue Cargo-Meter losgeht, dann werden wir auch so einen Stream machen mit Space Trucking. Muss ich mal gucken, vielleicht stelle ich mir da auch nochmal eine Playlist von Epidemic zusammen, den kann man sich auch auf YouTube auch mal anlassen. Habe ich ja mit Eddy Uncutt eine Lizenz für und dann truckern wir mal schön ein bisschen durch Space. Das könnte man mal ein bisschen weiter nach unten machen, da die Alerts. Das hört sich an, das wären wir gleich da. Streicher, wie geht's dir? Ich spiele an einem 42 Zoll OLED TV, ja. Meine Schuhe spiele ich an einem 1440p Monitor, High Refresh Rate und das sind 120 Hertz LG C2. Deswegen habe ich auch nie Geld. Ich gebe immer zu viel für Hardware aus, weil ich mir denke, ich stream jeden Tag sechs bis acht Stunden. Ich sitze hier vier, fünf, sechs Stunden dran und arbeite. Dann will ich es auch komfortabel und vernünftig haben. So augenfreundlich wie möglich, so angenehm wie möglich und natürlich auch für mich in der Gaming Experience und ich muss sagen, Star Citizen an so einem Fernseher mit einem Headtracker und dann zwei Sticks, Pedalen, das war es wert und ich brauche jetzt auch für meinen Star Citizen Gameplay erstmal keine Upgrades. Also, der wird noch sehr, sehr lange für Starfield perfekt sein, der Fernseher, weil du kriegst eh nicht mehr als 120 FPS in 4K und selbst wenn die stabil auf Cap laufen, ist das eine angenehme Gaming Experience hier. Kannst du das steuerlich absetzen? Ja gut, natürlich, aber trotzdem muss ich ja gucken, dass ich auch meine Rechnung und so bezahlen kann. Also, es ist ja nicht so, als könnte man einfach das Geld mit Händen, mit vollen Händen aus dem Fenster schmeißen, setzen sich alles von der Steuer ab, ähm, du brauchst ja trotzdem Geld. Aber, ne, also, ich habe auf jeden Fall im letzten Jahr das meiste Geld, glaube ich, ausgegeben für, ähm, Equipment einfach. Aber ich bin auch ein Technikfreak, ich gebe das auch ehrlich zu. Also, deswegen kotzt mir das immer so an, wenn das so Probleme mit dem Desync der Kamera gibt und so. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen, okay, ich habe jetzt nochmal ein anderes Setting probiert. Ich habe die Kamera jetzt umgestellt, ob sie so responsive wie möglich zu haben, um das zu minimieren. Ich habe einen manuellen Delay reingebaut. Ich hoffe einfach, dass es jetzt einfach besser ist. Ich stürze alle fünf Minuten ab, ich bin aber bei dir. Okay, weird, wir haben ja gestern sechs Stunden gespielt bei Mystic. Einmal gecrashed. Ich liebe dieses Game einfach, ne? Also, so sehr das auch immer wieder abkackt und so, aber es ist einfach so ein chilliges Game oder kann so ein chilliges Game sein. Guck mal, die Dinger sind außen. Insbesondere so, also mit so einem mit so einem Setup hier ist es einfach insane. Also, was das Game auch alles unterstützt. Also, das unterstützt halt ungefähr alles, was man technisch sich irgendwie vorstellen kann. Selbst Headtracking mit einer Webcam und so. So, muss ich jetzt an der Seite rein oder von innen? Ja? Ja. 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 Ja, ich habe ja auch ein VR-Headset. Ich müsste nur mal das wieder vernünftig anschließen hier. Nachdem ich alles umgebaut habe, habe ich einfach die Kabel noch nicht wieder neu verlegt. Und das Problem ist, ich habe es leider nicht richtig hingekriegt, VR für Streams vernünftig fertig zu machen. Weil du musst ja auch irgendwie Chat lesen können und so. Ich weiß, es gibt den ganzen Scheiß, aber das war mir alles zu wackelig, zu unkomfortabel zu benutzen und so. Deswegen gab es einfach keine VR-Streams. Aber VR-Videos kann ich mir gut vorstellen. Ich habe eine Zeit lang mal ein paar Videos aufgenommen. Es gibt auch ein paar VR-Videos auf dem Kugelmagnet-LED auf dem Hauptkanal. Auf YouTube, aber das ist halt auch sehr nischig alles noch, ne? Auch vom Gucken. wie unimmersive, wenn du aus dem Schiff springst. Stell dir einfach vor, ich hätte so einen Max-Pain-Action-Jump gemacht. Man muss da natürlich auch ein bisschen im Kopf offen sein für ein bisschen Fantasie. Muss sich treiben lassen. Takuya, moin, wie geht's? Mercedes-C2-Cockpit als Setup, wenn Geld kein Problem wäre. Möglich ist es. Also ich glaube, ich kann es natürlich nicht sagen. Man kann viel sagen, wenn man wenig Geld hat, aber ich glaube, ich gehöre eher zu den Leuten, die irgendwann einfach sagen, mir geht's jetzt gut. Ich muss es nicht übertreiben mit dem unnötigen Ausgeben von Geld. Ich würde mir keinen Cockpit von einem Schiff nachbauen. Wobei, also man muss natürlich sagen, als Streamer, wenn du es siehst im Stream mit verschiedenen Kameras und so und das für den Zuschauer dann irgendwie cool ist, ja, aber es wirkt auch natürlich auf viele dann so wie ein Poser, der einfach zu viel Geld hat, ist immer so gemischte Gefühle bei mir. Aber ich denke mir, ich würde mir eher einfach wirklich einen separaten Platz machen, wo Maus, Tastatur, Sticks, Pedale immer perfekt angeordnet sind, weil hier muss ich immer ein bisschen hin und her bauen und hätte dann einfach nur einen Platz für Streams von Shootern und allem Pipapo und nur für Star Citizen oder Autorennen oder so, setze ich mich dann quasi in mein Space Setup und flatter dann los. Das kann ich mir schon eher vorstellen, aber das müsste jetzt kein Nachbau von irgendwas sein. Außerdem, wenn würde ich mir ja das MSR-Cockpit nachbauen. Logisch! Was meinst du, zu einem Talermann die Leiter erfunden hat? Ja, aber nicht in-game, das kostet nur Zeit. Das kostet alles meine und vor allen Dingen viel wichtiger noch eure Zeit. So, Lancet, Klein, Hofstetter, Helix. Was habe ich jetzt gesagt? Wir wollten den Helix, ne? Helix 1, ja. dann Focus 3-Modul und ich habe auch, glaube ich, nichts davon irgendwie. Äh, ich habe nichts auf Knöpfe gelegt, glaube ich, aktuell. Das wird ganz grauenhaft. 100k! Jesus! Eigentlich habe ich vorhin ein paar Warte mal, passiv. Waren das die, die drinbleiben, bis das Raumschiff explodiert? Ja. Die anderen sind die Aktiven, das sind die, die nur so 5 Charges haben, ne? Aber tatsächlich, glaube ich, die, obwohl die ja, gut, die kosten doch doch, also das müssen ja, 40k, 60k, wir haben 200k rausgeballert jetzt. Das ist krass. Und die sind nicht mitversichert, glaube ich, ne? Die muss natürlich erstmal wieder rausholen jetzt. Wo Gönnen aufhört, fängt Neid an, wieso nicht? Jeder gibt Geld für irgendwas aus, was ihm gefällt. Ja, ja, das ist schon richtig, aber ich persönlich sag mir auch, es gibt halt auch noch einigermaßen gesunde Grenzen. Und dann kannst du lieber ein bisschen was von deinem übrigen Geld nutzen, um anderen Leuten eine Freude zu machen. Sei es in meinem Fall, um in der Branche zu bleiben, mal einen kleineren Streamer was zu donaten oder eine Subbombe zu droppen oder halt irgendwie jeden Monat Summe X generell pauschal an irgendeinen wohltätigen Verein zu spenden. Oder irgendwas vor Ort, wo man lebt und wohnt, für Kinder zu tun oder so. Wenn ich mich dazwischen entscheiden müsste, weil ich sage, mir geht es gut und ich habe die Option, mir ein C2-Cockpit für 20.000 Euro oder was, was kostet, nachzubauen oder ich donette jeden Monat 500 Euro vor Ort an irgendeine wohltätige Organisation und kaufe dieses Cockpit nicht, dann glaube ich, wäre das eher meine Option. Es geht mir nicht darum, ob Leute neidisch auf mich sind oder nicht. Die Leute sind selbst neidisch auf meine 40.000 Subs und denken, ich verdiene mich dumm und dämlich mit ein bisschen Gaming-Content und schreiben Kommentare, die einfach vor Neid und Wut irgendwie triefen. Das juckt mich nicht. Das gehört dazu. Das ist leider, sobald man auch nur ein Video hochlädt, denken die Leute, du bist eine ganz bestimmte Art von Mensch. Da haben wir ja schon sehr oft drüber gesprochen. Das ist klar. Neider, danach sollte man sein Leben nicht orientieren, weil die werden weiterhin neidisch bleiben und du verschärzt es dir nur mit den Leuten, die dich eigentlich vorher eigentlich leiden konnten. so, das bringt nichts. Ich persönlich gehöre einfach nur zu den Leuten. Ich gebe Geld gerne für Quatsch aus, aber 30k? 30k. Ja, äh, ich würde mal sagen, das ist kein gutes Zeichen. Das ist jetzt ausgerechnet in dem Moment schon der Server abschmiert. Player on Stow ist natürlich auch immer schlecht. Reichtum kotzt mich an. Glaubst du, das Game wird irgendwann fertig und auch auf Deutsch verfügbar sein? Also es ist bestimmt irgendwann auf Deutsch verfügbar. Ich glaube aber nicht, dass das jemals wirklich fertig wird. Ich glaube, das wird immer so ein erweiterndes System sein. Ich meine, es ist eine Weltraumsimulation, gibt es irgendein Fundament, welches noch ausbaufähiger und erweiterbarer und noch potenzieller ist als sowas. Es wäre halt dumm, das irgendwann einfach fertig zu machen. Live-Service. Das ist der ultimative Live-Service hier, wenn sie es richtig machen. Sie müssen nur irgendwann natürlich die Grundfeatures fertig haben. Der Punkt ist, das ist halt das Paradoxe bei dem Projekt hier. Jetzt und in den letzten zehn Jahren ist es halt ein Technik-Gimmick und nicht viel mehr. Aber wenn sie so weitermachen und sich grundsätzlich immer mehr erstmal auf die eigentlichen Spielmechaniken konzentrieren und dann später erst ein Game draus machen, dann wird es einfach später komplett unantastbar sein, weil einfach kein anderes Spiel überhaupt an diesen Funktionsumfang rankommt. So. Und dann werden die Leute irgendwann in so und so Ferien sagen, warum sind denn nicht mehr Spiele so? Jetzt ist meine Karre weg. Jetzt ist die in New Babbage. Was soll das denn? Okay, dann fliegen wir mit 315p, da ist ein Burst drin. Da sind wir eh schneller als mit der Prospector und wir wollten eh nach New Babbage, dann können wir da den Pain drauf machen. Warum auch immer die jetzt in New Babbage gestort wurde. Also wenn jetzt heute Abend Undawn 30k ist, dann spielen wir auf jeden Fall was anderes, weil dann macht weder Savage noch Mining Sinn und jetzt nochmal irgendwie Bounties ist Quatsch. Das kommt wohl eher raus, Half-Life 3 oder Star Citizen. Also ich glaube nicht, dass jemals in Half-Life 3 kommt und wenn wird es wahrscheinlich niemals so gut sein, wie wir uns es erhoffen. Weil die ganzen Leute, die Half-Life 1 und 2 gemacht haben, die machen wahrscheinlich mittlerweile überhaupt nichts mehr in dem Bereich. Oh, JG, Alter, danke für die Kanal-Mitgliedschaft. Junge, Junge, das ist ja fast verpennt hier. YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Ich sage nur 70% Split, Jeff Bezos. Ja, ich kann meine Leiter leisten, Streicher, du nicht. Ich hatte schon wieder so schön viel Geld, jetzt wieder alles weg. Welcome to the Aesop Vehicle Retrieval System. Oh, der Timing, Alter. Perfekt eingeschätzt. So, eins meiner absolut Lieblingsschiffe, ich sage es jedes Mal, Origin 300, 315P, einfach perfekter Daily Driver. Also, das ist halt der Inbegriff von einem Daily Driver eigentlich. Was war das? Hangar 4. Äh, Außer du willst natürlich irgendwie kämpfen. Aber Boxmission, Erkundungsmission, Bunkermission, you name it. Kannst du den Dingern wunderbar machen. Man kann Ast rein mit einem Burst Quantum arbeiten, der ist schneller als der Atlas und zwar erheblich, aber frisst halt auch ordentlich mehr Fuel. Hier übrigens benutzt extra für dich die Leiter. Nur für dich. Ist jetzt eigentlich synchron auf Twitch der Sound? Ich bin sehr immersiv jetzt in mein Schiff eingestiegen. Und die hat halt als einzige von den 300ern einen größeren Quantum Tank, der genau ausreicht, um mit dem Burst einmal quasi durchs Burst zu kommen. Das wird natürlich anders sein, wenn es später Pyro kommt. Ich bin mal gespannt, ob dieses Jahr Pyro kommt. Wetten werden angenommen. Wetten auch ein bisschen Diablo spielen und im Lurk zu hören. Alles klar, viel Erfolg, gute Drops und so. Welche Games freut ihr euch noch, die dieses Jahr noch erscheinen? Starfield auf jeden Fall. Allein um mir das Geschrei von den Leuten anzuhören, die jetzt alle hyped sind und später dann massiv enttäuscht. Das ist ein großer Spaß. Und ich werde es dann einfach genießen, weil ich weiß, dass es kein perfektes Spiel sein wird und das auch nicht erwarte. Und irgendwas kam noch. Habe ich jetzt aber gerade vergessen. Counter-Strike 2 auf jeden Fall für mich. Das ist doch tatsächlich mein meist erwartetes und meist mich drauf freundes Spiel. Obwohl ich gar nicht mehr aktiv Counter-Strike spiele, aber ich glaube schon, dass ich deutlich aktiver wieder in Counter-Strike einsteigen werde mit CS2 und bin gespannt, wie gut das laufen wird. Der Cyberpunk-DSC wird auch sehr interessant, glaube ich, ja. Und ansonsten, ja, Ex-Defiand auf jeden Fall. Und dann mal gucken, was noch so angekündigt wird. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar Überraschungshits. auch wenn es absurd und dumm ist, ich freue mich natürlich trotzdem auch wieder auf ein neues Call of Duty. Ich bin gespannt, was sie diesmal machen. Erfahrungsgemäß ist es ja so, sie machen immer ein gutes Spiel, dann wird es immer schlechter und dann machen sie wieder ein einigermaßen brauchbares Spiel, dann wird es wieder schlechter und dann versuchen halt immer weiter die Leute so von diesem Qualitätsstandard zu entwöhnen, den man eigentlich haben müsste. Und das tun sie sehr erfolgreich, weil wenn man sich so anhört, was Cod-Fans so von sich geben. Ich habe heute aus Versehen mal wieder meinen Shorts-Kanal angeklickt, den ich eigentlich kaum noch benutze, weil ich mittlerweile die Shorts auch auf dem Hauptkanal einfach hochlade. Was die Leute zum Aim-Assist schreiben, ist halt einfach komplett uninformierter, dämlicher Stuss. Die Leute glauben, dass Mausspieler neidisch darauf sind, dass man irgendwie am Controller irgendwie einigermaßen spielen kann und denken, dass es darum geht, dass man ja einfach besser sein kann an der Maus. Was halt völlig dumm ist, weil, wie gesagt, wenn man sich anguckt, dass die komplette Pro-Szene von Maus auf Tastatur, äh, auf Controller wechselt, weil du sonst einfach im Nachteil bist, das ist alles, was ich wissen muss. Da brauchen wir Hans-Dieter, der drei Stunden die Woche Cod spielt, nicht erklären, dass der Aim-Assist nicht broken ist, weil er einfach keine Ahnung hat. Er hat einfach keine Ahnung. Die Leute, die das für massive Preisgelder spielen, die haben Ahnung und die würden garantiert nicht nur, um irgendwelche Cotton-Loops zu trollen, auf Controller wechseln, wenn es um richtig fette Geldbeträge geht. Und bei Apex genauso. Hört euch an, was die Profis zu sagen haben, dann braucht Dieter dir nichts mehr erzählen. Und die Leute, die nicht checken, dass der Aim-Assist broken ist, die wissen einfach nicht, wie er funktioniert. Natürlich stellt man sich nicht einfach nur hin, setzt sich in der Ecke und das Ding aimt automatisch für einen. Es gibt ohne Ende Videos, wo genau gezeigt wird, wie man den ausnutzt, den Aim-Assist und dann ist er einfach broken. Da kann jeder Holzkopf mit treffen und jeder Holzkopf mit Kills machen und jeder Holzkopf ist mindestens genauso gut wie jeder überdurchschnittliche Maus-Spieler. Und wenn nur noch die absolute globale Elite über das Skill-Cap hinauskommt, wo 90% der Spieler sonst ankommen mit dem Aim-Assist, dann ist da was schlecht dran und dann sollte man das ändern. Oder meiner Meinung nach nach wie vor einfach Crossplay zwischen Controller und Maus einfach abschaffen. Problem gelöst. Was wird da rumdiskutiert? Und das ist ja auch kein Controller-Bashing oder so. Digga, die Leute sollen spielen, worauf sie Bock haben, auf welcher Plattform sie Bock haben, mit welcher... Wenn einer das mit dem Joystick oder einem Lenkrad spielt, ist mir doch scheißegal, das juckt mich nicht. Mir ist auch Kot egal, aber mir sind die Spieler nicht egal. Und deswegen gibt's halt hin und wieder einfach mal ein bisschen Feedback und Kritik und das ist dieselbe Kritik, die sämtliche Profis, die diese Spiele professionell für Geld spielen auch äußern. Ich geb's nur so weiter, wie die Leute mit der größten Ahnung es sagen und ich kann's aus meiner Maus-Perspektive durchaus beurteilen, dass in COD einfach jeder ein Aim-Gott ist. Und das ist in keinem anderen Spiel so. In keinem anderen PC-Game mit irgendwie Maus-Fokus ist jeder ein Aim-Gott. Selbst in X-Defined war ein Skill-Gap drin. Es ist nicht jeder Spieler ein Aim-Gott. Wenn in jeder Runde jeder Spieler ein Aim-Gott ist, dann stimmt was nicht. Und das hat nichts mit SBMM zu tun. Und das finde ich immer wieder faszinierend, dass Leute das verteidigen. Warum? Weil sie sich sonst eingestehen müssen, dass sie vielleicht doch nicht so eine Gott-Tier-Spieler sind am Controller, wie sie denken? Wen juckt's, Alter? Das ist fucking COD. Niemand interessiert, was man in COD leistet. Niemanden. Mich auch nicht. Und dieses Argument, du bist so schlecht, ist der Klassiker in COD. Dem ist es scheißegal, ob ich gut oder schlecht bin im fucking COD, weil das einfach nix bedeutet. Das ist kein Argument. Es ist als ob ich sage, hey, meine Kupplung ist kaputt und du sagst, ja, aber der der ist schneller als du, also hast du Unrecht. Du bist einfach zu langsam. Ja, aber meine Kupplung ist technisch kaputt. Nee, du bist einfach zu langsam. Du bist ein zu schlechter Fahrer. Oder bei einem platten Reifen oder so. Man kann über technische Details reden, ohne gut in etwas zu sein. Das ist das dümmste Argument aller Zeiten, wenn einer was kritisiert, aber so, du bist einfach zu schlecht, Alter. Wenn ich dir einen Kuchen back, Alter, und du findest da drin einen Goldzahn, einen halb abgekauten, da kann ich auch nicht sagen, du kannst da selber keine Kuchen backen. Das ist komplett unsinnige Argumentationen einfach. Einige sind der Meinung, dass du ohne Crossplay auf PC oder kein oder kaum Lobby finden würdest. Der Meinung bin ich auch. Natürlich, das ist auch tatsächlich wirklich so. Aber woran liegt das? Das liegt daran, dass COD an der Maus einfach keinen Spaß macht und man auf dem PC als Mausspieler was weiß ich, wie viele Alternativen hat, die man stattdessen spielen kann, die besser funktionieren. Spiel mal an der Maus in Battlefield 4 und spiel mal an COD. Irgendeins. Merk sofort den Unterschied, dass die Spiele unterschiedlich designt worden sind. Battlefield 4 ist für Mausspieler gemacht, am PC und am Controller für Controllerspieler. Funktioniert wunderbar auf allen Plattformen. Crossplay in Battlefield 4 würden die Mausspieler jeden Controllerspieler komplett den Arsch versuchen. Und das ist ja auch nicht gut. Das ist ja auch nicht, was ich will. Ich will nicht, dass die Leute an der Maus flexen können, dass sie irgendwelche Controllerspieler platt machen. Aber COD ist halt uninteressant an der Maus zu spielen. Es ist halt eine gewisse Zeit lang cool. Man spielt das ein paar Wochen und dann wird es irgendwann langweilig und dann ist es gut. Und machen wir uns doch nichts vor, Alter, wenn die Controller und Konsolenspieler bessere Alternativen hätten, die sich genauso gut anfühlen würden wie COD, weil COD fühlt sich auf der Konsole am Controller einfach gut an. Es gibt halt kein... Selbst X-Define jetzt, was die Leute so hypen, spielt sich nicht so gut und flüssig und geil wie COD. COD gibt dir halt als einziger Shooter am Controller so richtig geiles Gefühl. Also, für die meisten Leute casual betrachtet. Und dann hast du keine Alternativen, also spielen die Leute an der Konsole COD. und am PC sagen die Leute, ich spiele hier etwas anderes. Es ist ja am PC auch viel verbreiteter, dass man ältere Titel auch noch weiterhin spielt, dass es Communities mit eigenen Servern gibt und so. Sowas hast du auf Konsolen ja meistens nicht, weil natürlich der normale Consolero eher ein Casual ist und die meisten oder mehr PC-Gamer eher so eine dedizierteren, hardcorigeren Leute sind. Und beides ist fein. Es ist völlig okay, wenn man Casual spielt. Ich spiele die meisten Games auch Casual. Man muss nicht immer um das Leben seiner fucking Eltern schwitzen in jedem Ranz-Titel. Das ist unnötig. Aber das ist definitiv so. COD wäre ohne Crossplay auf PC nach einer Zeit immer tot. Ich finde New Babbage ist so ein geiler Planet, Mann. Aber krass, ne? Was war das am Samstag, Alter, ausgerechnet am Wochenende, dass wir keinerlei Probleme mit den Servern hatten? 6 Stunden lang gezockt ohne einen einzigen 30k und jetzt geht es direkt wieder los. Wieso steht er denn da mitten auf der Landeplattform? Ist er lebensmüde oder was? So, und nur für den Streicher steige ich jetzt natürlich auch schönartig über die Leiter aus. Ich finde es halt immer wieder faszinierend, dass wenn man irgendwas anspricht, die Leute sich immer angegriffen fühlen. Bei einem fucking Game. Bei einem fucking Casual Game. Es geht ja nicht um irgendein Finalspiel mit Preisgeld, wo einer sagt, ja, der war halt schlecht oder irgendwie das überanalysiert oder so. Es geht um fucking Casual Gedaddel in irgendwelchen Casual Lobbys, die voll sind mit Leuten, die sich eigentlich nur anflamen und das Game sowieso nicht ernst nehmen, weil sie mit Shotguns in der Ecke sitzen. Was soll das? Also, ich weiß nicht, ist es einfach, ist, die Community bei COD ist halt einfach wirklich eine der merkwürdigsten, die es überhaupt gibt. Und jeder extern von dieser Community, der auch über den Tellerrand mal geguckt hat oder andere Games zockt, der weiß das auch. Das bestätigt hier jeder. Die Einzigen, die es nicht bestätigen, sind die Leute, die nichts außer COD spielen und kennen und deswegen haben die faktisch einfach weniger Ahnung als Leute, die andere Sachen kennen. Wenn ich 40 verschiedene Autos gefahren bin, dann kann ich die vergleichen. Wenn ich nur mit meinem Trabi durch die Gegend grondel, dann fühlt sich das für mich wie das schnellste Auto der Welt an, weil ich nichts anderes kenne. Und so einfach ist das. Und da ist nichts Schlimmes bei, wenn man sich nicht auskennt. Aber dann muss man halt nicht versuchen, andere Leute zu belehren. Ich erzähle ja meinem Kfz-Mechaniker auch nicht, was mit meinem Auto falsch ist, sondern umgekehrt. So. Jetzt bauen wir noch ein Paint drauf und dann können wir vielleicht hoffentlich mal ein bisschen lasern. Mal gucken, wie die aussieht. Die kenne ich nämlich noch nicht. Und insgesamt würde ich mir wünschen, dass gerade Gamer einfach ein bisschen dickeres Fell mal kriegen, wenn es um solche Themen geht und nicht immer sofort irgendwie wütend, beleidigend, aggressiv angepisst werden, wegen jedem Scheiß, Alter, bei einem subjektiven Thema. Es ist fucking subjektiv, was gut ist und was nicht. Beste Beispiel. Ich sag für Diablo 4, ich sag, Leute, ich mach den Early Access nicht mit. Ich spiel Montag, das ist zwar auch ein Tag vorher, aber ich fahr vor auf dem Festival. Mir war da zu viel merkwürdiger Quatsch. Okay, die Paint funktioniert nicht. Doch. Ähm, war mir zu viel merkwürdiger Quatsch irgendwie. Kein Bock drauf. Ich fang Montag an, alles easy, viel Spaß an alle, die früher anfangen. Da wünschen mir Leute literally den Tod deswegen. Wünschen mir, dass ich auf dem Festival verloren gehe. Dich braucht kein Mensch. Digga, ich glaub, das seht meine Frau und mein Sohn anders, aber hey, danke Willi3187, Alter, für deine Meinung. Warum macht es Leute wütend, dass ich das Spiel später spiel? Das ergibt gar keinen Sinn. Aber es macht die Leute wütend. Es macht sie richtig wütend. Und das zeigt mir einfach nur, dass manche Leute einfach keine echten Probleme haben. Wenn sie sich solche Situationen zum Problem machen können, von jemandem, den sie auch einfach ignorieren können, den sie nie wieder anklicken brauchen, der komplett, den sie freiwillig immer wieder anklicken. Warum ist das so? Das verstehe ich nicht. Jatsi, moin. So, wo meinen wir jetzt? Das ist ja irgendwie weird, ne? Die, dass die Seiten nicht mit eingefärbt werden. Ist das ein Bug? Weil irgendwie sieht es jetzt so fehl am Platz aus mit den Düsen. Haben wir eigentlich einen VTOL-Mode? Jo. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Was hältst du vom Battlebit? Was hältst du davon? Du guckst ja einfach mein YouTube-Video dazu an. Ne, ich find's cool. Aber ich hab grad gestern erst ein Video dazu hochgeladen. Also wenn dich das mehr interessiert, kannst du dir das gerne angucken. Ich will natürlich im Stream nicht immer die gleichen Fragen beantworten. Weil die meisten Leute wissen das dann natürlich schon. Das ist ein cooles Game. Vor allen Dingen für 15 Euro kannst du ja nicht viel verkehrt machen. Ich glaub, man kann die Dinger jetzt sogar abnehmen hier, ne? Die Pods. Irgendwas war da mal. Das sieht aus, als ob sie es vergessen haben, bei der Paint die Düsen mit anzumalen. Es sieht nicht super schlecht aus, aber es fehlt trotzdem. Irgendwie sieht's aus, als ob sie es vergessen haben. Ansonsten ist das Skin echt nice. Okay. Manche gehen zu Domi und anderen klicken immer einen Creator an, den sie nicht mögen. Ja, ja. Sag ich doch. Also, ja, weil ich da eben noch eine andere Sache im Chat gelesen hab, äh, zu dem Thema Hardware-Käufe, natürlich ist das für mich als Content-Creator immer noch mal mit einem anderen, mit einer anderen Motivation behaftet, mir Hardware zu kaufen, als jetzt irgendein normaler Gamer. Ähm, wenn ich jetzt ein normaler Gamer wäre, wie früher, ohne irgendwie einen Kanal oder Streams oder so, hätte ich im Leben niemals so viel Knete ausgegeben für, äh, für Hardware. Niemals. So, ich glaube, warte mal, Trading-Tools hatte ich doch hier irgendwo auch. Handelsplaner, Mining-Rechner, Containium, ah, okay, Raffinerie, kann ich hier eingeben nachher, das ist gut. Ihr seht das gerade nicht, ist mir klar. Ach so, 3.19 ist noch gar nicht drin. Aber ich glaube, die haben das auch schon vor 3.19 geändert, das Mining, ne, oder nicht? Bin mir nicht sicher. So, wo habe ich die Trading-Tools? Die hatte ich mir hier gebookmarked. Da. Die Sultans of Swing. Die Sultans of Swing. Ah, jetzt. Okay, also Daymar ist gut, Lyria, Wallah, Uturp ist auch okay. Fliegen wir mal nach Uturp. Ich habe keine Lust, im Asteroiden-Feld zu meinen. Das finde ich irgendwie langweilig. Also, das ist auch gut. Aber ich will mal einfach hier auf der Ecke bleiben. Ja, es ist nicht nur also, damit man die nächsten Jahre Ruhe hat. Also klar, als Gamer, du sagst, als Gamer, also, ne, ein guter PC ist schon wichtig. Aber ich denke, dass man im Regelfall meistens als Gamer besser bedient ist, so obere Mittelklasse zu kaufen, anstatt High-End. Die meisten Benutzer brauchen kein High-End und benutzen das auch nicht wirklich. Ich meine, wie viele Leute kaufen sich, ne mittelmäßige CPU und dann basteln sie da ne 4090 obendrauf, die selbst bei mir eigentlich Overkill ist für die meisten Games. So, und da ist halt der Unterschied zwischen mir als Streamer, finde ich persönlich, und den meisten anderen Usern, es ist für mich halt ein finanzieller Unterschied schon, auch vom Einkommen, ob einige Games beschissen laufen oder nicht. Oder ob alle gut laufen. Und im Zustand der aktuellen Games mit dieser absolut schlechten Optimierung oft, da gehe ich das Risiko nicht ein, dass irgendwelche Games nicht laufen, weil mir ein bisschen Megahertz oder irgendwas fehlen. es ist viel Geld und zu viel Geld, aber es ist nicht zu viel Geld, um als Unternehmer zu sagen, nee, da scheiße ich drauf. Deswegen habe ich mir die teuerste Hardware gekauft, die sinnvoll irgendwie wie benutzbar ist. Wieso gibt es eigentlich auf der anderen Seite hier keinen Jump Point? Sind da nicht eigentlich immer Striche, wenn das auf der anderen Seite ist? Das ist alles irgendwie so weird. Also ich glaube tatsächlich sogar, ich würde fast so weit gehen, dass ich in den meisten Fan, also außer ich wäre jetzt als Star Citizen Gamer oder so und nicht so ein Shooter Fan vor allen Dingen auch, aber im großen Ganzen glaube ich schon, dass ich wahrscheinlich mittlerweile halt die Meisterzeiten an der PS5 hocken würde als Gamer. Ich würde einfach im Wohnzimmer auf der Couch sitzen und mit der PS5 daddeln. Ist tausendmal günstiger als ein High-End-PC, funktioniert eigentlich fast immer optimal. Du schmeißt ein Game rein und zockst ein Träumchen. So, dann wollen wir mal ein bisschen scannen. Wir kloppen jetzt einfach irgendwas weg. Also ich bin, wie gesagt, da bin da komplett schmerzfrei gerade. Ich will einfach nur mal grundsätzlich erstmal wieder ein paar Steine weglasern. Oh, das da hinten sieht doch nett aus. Ein bisschen Schnee. Was denn jetzt? Wieso dreht sich die Kiste denn zur Seite? So ein angenehmes Schiff mit dieser Überselt. Ich meine, das ist natürlich klar, du sollst ja auch nach Steinen suchen. Ich finde es echt weird, dass die Düse nicht eingefärbt ist. Das macht mich ein bisschen fertig. Das ist unter der Erde. Ah, nee. Gut, damit können wir nichts anfangen. Für Mining heute ist ein bisschen Backseat erlaubt. Okay? So Soft-Backseat-Gaming. Oh, dass ihr Bescheid wisst. Ist das ein Wrack, was da schwebt? Oder was ist da los? Ah, guck mal, da ist da was. Geil wäre natürlich, wenn wir ein paar Steine auf dem Haufen haben. Alles, was sich Containium ist, ballern wir uns einfach rein. Bis die Tanks voll sind und dann bringen wir es einfach weg. Also das war so der Plan für heute. Einfach mal ein bisschen irgendwas weglasern. 10.20 hat sich super an Ryzen 9, 3.900X und High-End. Nee. Vermutlich eher nicht. Rock-Mining soll cool sein jetzt, ja. Also ich habe viel Gutes über Mining gehört, deswegen wollte ich das unbedingt mal wieder machen. Scheiße, bin ich jetzt drüber geflogen? Äh, nee. Achso, das waren auch wieder... Da könnten Steine sein, ne? Gucken wir mal. Ja. Ja, High-End ist halt immer das, was in den Benchmarks aktuell am besten abschneidet, würde ich mal sagen, ne? Aktuell nach wie vor, denke ich, ne 4090, 13.900K dürfte so ziemlich immer noch das ziemliche High-End sein. Ich weiß nicht, ob mittlerweile ein besserer AMD rausgekommen ist, da käme ich halt nicht aus. So, was haben wir denn hier? Ja. Ja. Copper. Na gut, das ist natürlich Quatsch. Also, kompletten Trash wollen wir natürlich nicht einsammeln. da ist Barrel drin. Barrel ist, glaube ich, schon besser. Der sieht angenehm aus zum Aufklopfen. Taranit. Okay. Achso, wir können gar nicht steuern, wenn wir... Hä, wo ist denn die Anzeige für den Laser? Okay, Moment mal. Q-Brandings. Das kann ich mir doch bestimmt hier angenehm auf den Hotas irgendwie legen. Switch-Mining-Laser ist aktuell ja nicht machbar für mich. Increased Power. Ah, der funktioniert gar nicht, lol. Hä? Okay. Ah. Das ist ein Button? Ich habe hier eigentlich so einen Mini-Throttle. Ich hätte gehofft, ich kann den benutzen, aber... Ich fand es nicht. Okay, das Rad geht. Das Rad geht. Das Rad geht. Warum zählt das als Button? Weird. So, Mining-Laser 1. Äh... Den, den, den. Gucken wir mal, ob das einigermaßen funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ah ja, okay. Waschen dichter Rand vielleicht noch. Achso. Da schalte ich jetzt auch das Licht mit ein. Das müssen wir gleich nochmal ändern. Ich glaube, den kriege ich gar nicht klein. Ist der Laser zu schwach für? Da tut sich gar nichts. 17.000 der Masse. Okay, der ist halt auch einfach wahrscheinlich viel zu groß. Was ist denn mit dem hier? Wieso fahre ich auf das Ding zu, obwohl ich komplett die Bremse anhab? Jetzt. Kiste, könnt ihr auch einfach mal stehen bleiben, ne? Sieht ja total beschissen aus. Okay, den kriegen wir aber wohl. ein bisschen rüberfahren hier über die Kante. So, das C3. Da tut sich gar nichts. Achso, die Passiven muss man ja gar nicht zünden. Die ist ja immer aktiv. ein bisschen rumfahren hier. Der wird auch einfach zu doll sein, denke ich. Okay, also 9.000 auch noch zu doll. Ein bisschen niedriger muss er sein. 13k. Jetzt mach ich erstmal einmal kurz die Headlights weg, damit das nicht auf dem gleichen Knopf ist. Faszinierend, dass das da drauf belegt ist, by the way. Bin leider kein Freund von Singleplayer Games, aber geht Star Citizen flüssig auf 4K? Also erstmal ist es kein Singleplayer Games, es ist ein Online mit 100 Spielern, inklusive PvP. Also, das ist nicht das Problem. 4K mit einer 2080S und einem Ryzen wahrscheinlich eher nicht, denke ich mal. also 4K läuft auch mit High-End-Rechner nicht flüssig. Ich hatte, als ich 1440p gespielt habe, eine 3080ti, glaube ich, und selbst das war an einigen Stellen grenzwertig. Also, flüssig und Star Citizen sind einfach zwei Wörter, die in einem Satz eher selten Sinn ergeben, leider. aber also, ganz ehrlich, ich würde dir einfach nur empfehlen, warte auf den nächsten Freeflight, geh mal Ausrufezeichen Citizen ein, klick den Link an, mach dir einen Account, gib die Ebay-Bednachrichtigung rein und dann kriegst du eine Nachricht, wenn mal wieder eine Gratiswoche ist und dann probierst du es einfach aus und testest es einfach und guckst, wie es läuft und wenn es funktioniert und gut läuft, dann kannst du äh, kannst du es dann immer noch kaufen oder du probierst es halt aus, gibst dir 40 Euro für ein Startup-Paket aus und testest das einfach, ähm, aber flüssig, keine Ahnung, 4K brauchst du schon auf jeden Fall eine sehr gute Grafikkarte für und ich denke mal, bei dir wird sowieso eher die CPU wahrscheinlich der Bottleneck so oder so sein, also egal, was du da einstellst. Äh, Lightstar. Hä? Wo ist denn hier die Einstellung für für das Licht? Hä? Wo ist denn das? Wo ist denn die Einstellung für diese Headlights? Die sehe ich hier gar nicht. das ist ja scheiße. Kann ich das vielleicht einfach auf die andere Seite packen? Ja, okay, dann nehme ich einfach die Seite. Nein! Nützt ja nix. Okay, also der ist auch zu dick. Hier war noch so ein kleiner. was ist das denn eigentlich? Achso, das ist die Anzeige trotzdem noch für den. Okay, verstehe. Was ist das denn hier? Für ein Klumpen? Der ist doch schon... Oh. Ich habe gerade mein nicht vorhandenes Cargo rausgeschmissen. Ich habe mir nichts belegt, ne? Ah ja, tatsächlich. Wow! Ja, hier lag halt irgendwie noch was rum vom letzten. Ist scheinbar also auch Persistenz für die abbaubaren Sachen. Verrückt. Okay, also die sind leider etwas zu groß. Ich werde sowieso auf eine Mole umsteigen. Allein schon, weil das mehr Spaß macht mit mehreren Leuten, glaube ich. Und dann die großen Steine kloppen. Aber du kannst mit der Mole halt auch solo fliegen, weil dann hast du nämlich Optionen. Du kannst dich dann an den einen Sitz packen und sagen, okay, das ist jetzt ein schwerer Stein. Da brauche ich ein bisschen mehr Bums und das ist ein gefährlicher Stein. Da brauche ich ein bisschen was filigroneres. Das macht schon was her auf jeden Fall. Achso, und geht 4K in SC überhaupt? Ja, ja, ich spiele auch in 4K. Gibt auch auf YouTube Videos in 4K schon von mir. Der Gasplanet ist Crusader. Da ist richtige Diashow. Das mit der Freebrick stimmt nicht, Ausrufezeichen SC. Deswegen muss ich den Command nochmal ändern. Das habe ich jetzt nach dem letzten Stream auch natürlich wieder vergessen. Aber der Link ist trotzdem der richtige. Ich will da in den Bergen Mining machen. Das könnte da was sein da vorne. Ich liebe diese Hippie-Klasse gerne. Alt gedrückt halten um Laserport zu hören. Ne, 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 ne. Ich spiele mit zwei Sticks und Pedalen. Die Tastaturbelegung kenne ich selber. Ich wollte es halt auf dem Joystick machen. Was haben wir hier? Ich habe das außerdem hier auf dem Stream Deck auch. Ich hätte mir dafür extra mal so ein Preset gemacht. Aber da ist irgendwann mal 4000er. Den kriege ich auf jeden Fall auf. Das geht auch mit so einem Rädchen hier besser. Lass mal einmal volle Pulle reinjockeln. Okay. Cool. Ich kann es nicht runterdrehen. Es war ja früher alles mal eingestellt, aber dann habe ich ja den rechten Stick ausgetauscht und seitdem ist alles komplett verwirrend. Äh, ist doch richtig. Der erkennt das nicht als Rad. Ist egal, ob ich rauf oder runterdrehe. Das ist das Problem. Okay, verstehe. Das ist ja... Das ist ja ganz schön bekackt. Ja, weil das ist halt eine Katastrophe mit dem Mausrad. Da muss ich mir was überlegen. Das ist natürlich auch echt ein winziges Fensterchen. Direkt einen abgekriegt. Da ist nur Müll drin. Aber ich glaube, die... muss man noch mal aufcracken, ne? Hä, war da nicht irgendein anderes Material drin, was ich hier eigentlich wollte? Oder habe ich einfach nicht geguckt und habe es einfach gemacht? Scheißegal. Nehmen wir einfach mit. Äh... Rex Mendex. Danke für den Prime. Pack jetzt einfach alles rein, drauf geschissen. Aber ja, es macht schon Sinn. Ach, da war Barrel drin, aber nur so ein bisschen. Okay, verstehe. Geht ja auch erstmal nur um den... Das neue Interface ist übelst geil, auch mit der Cargo-Anzeige und so. Crusader ist auf jeden Fall besser, ja. Barakuda. Barakuda. Hauptsache, wir haben überhaupt mal erstmal irgendwas eingesammelt. das ist schon mal die halbe Miete. Natürlich ist das jetzt nicht viel Geld, ne? Auch klar. Aber darum geht es auch ehrlich gesagt aktuell gar nicht unbedingt. Erstmal einmal überhaupt einen Run machen, gucken, wie es läuft und dann können wir gleich auch mal ein bisschen länger nach Steinen suchen. Gold wäre natürlich nice. so, wo ist jetzt hier die nächstgelegene Station? L1, ne? Ja. Ist hier überhaupt was? Da ist die Jericho. Nee. Ist hier eine Station? Jo. Müsste ja eigentlich eine Raffinerie haben, gehe ich mal von aus. auch wenn das natürlich nicht unbedingt die Welt dann ist. Erstmal gucken, mit welchen Steinen kriegen wir überhaupt kaputt. Und wenn die Server einigermaßen, weiß ich nicht, Stunde, anderthalb immer laufen, dann kann man auch mal mit der Wallstackleine noch mal ein bisschen knuspern gehen. Und dann kann man auch ganz ehrlich, wenn du den Kasten Bier gekauft hättest, wäre der doch jetzt schon eh weg. Also kannst du mir gar keinen Vorwurf machen. Sofort einsaugbaren Quantanium. Brocken ist natürlich auch edel. Und Olli, wie gesagt, ich habe das schon mal gemacht. Es geht mir nur, ich kenne halt die Belegungen auf meinem Stick aktuell nicht und wollte die erstmal komfortabel machen. Ist schon klar, dass man mit dem lilanen Laser einsaugt und mit dem anderen klopft. Hab nur den Knopf nicht gefunden. SCM Star Wars Universum. Also wenn sie irgendwann mal Mod Support reinmachen, wäre das Legende. Ich meine, das ist geplant oder im Gespräch. Dann geht es hier richtig ab. Ich meine, was ein Freelancer auch an Mods gab. Ich habe Freelancer nur mit Mods gespielt nachher. Ja, also man kann sicherlich mit einer 2080 Super und dem CPU, die du gemeint hast, spielen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich kein gutes Erlebnis im 4K haben wirst. Freelancer war richtig geil. Voll. Throttle-Tastenbelegung selbst gemacht oder gibt es einen Port? Ich habe alles selbst gemacht und hatte rechts aber einen anderen Stick bis vor kurzem. Ich habe jetzt links und rechts den gleichen Stick und seitdem ist die Steuerung natürlich nicht mehr komplett eingestellt, weil ich natürlich zu lazy war, die komplett neu zu machen und deswegen sind manche Knöpfe jetzt halt etwas eigenartig belegt. Das müsste man mal in Ruhe machen, wenn du verstehst, was ich meine. In 100 Jahren. Vielleicht werden wir ja wirklich alle so alt oder wir transzendieren einfach alle irgendwann ins Star Citizen-Universum und leben für immer hier und klopfen Quantanium. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt es sich wirklich, den Scheiß zu raffinieren und dann wegzufliegen und zu verkaufen oder kloppt man einfach weg, verkauft die Erze und zieht weiter und nimmt einfach direkt das Geld mit. Im aktuellen Zustand wahrscheinlich nicht das dümmste, einfach die Erze zu verkaufen, auch wenn die natürlich eigentlich danach doppelt so viel wert sind, aber allein die Chance, dass du beim Transport ein 30k kriegst, ist mir viel zu groß. Oder wie macht ihr das momentan? Dann raffinieren wir nicht auf L1-Stationen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wenn man es raffiniert, muss man es danach wieder woanders hinfliegen, um es zu verkaufen. Und wenn dann der Server crasht, ist die Ladung weg. Das ist doch scheiße. Ist das nicht viel zu unsicher aktuell? Zweimal das Risiko einzugehen, dass man komplett leer ausgeht. Also ich weiß nicht, Alter. Das klingt für mich einfach nicht so attraktiv. Ja, thế da ist vor allem. Und jetzt Ich gucke jetzt einfach erstmal, was hier ist. Ich habe kein bestimmtes Ziel heute. Ich muss theoretisch auch nichts verkaufen. Ich will einfach nur chillen, fliegen, sabbeln und gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. Wäre schon geil, ja. Ist ein Star Citizen eh gerade in der Alpha-Banane, was du machst? Ja, aber dann brauchst du raffinieren und auch nicht mit drei Ausrufezeichen schreiben, wenn alles eh egal ist. Also wenn man schon mit einer Profession anfängt, die potenziell Geld einbringt, dann will man natürlich trotzdem nicht doppelt das Risiko haben, dass man leer ausgeht, oder? Also ja, natürlich. Theoretisch braucht man es gar nicht spielen, aber am Ende soll ja trotzdem wenigstens paar Credits rauskommen. Momentan funktioniert die 30K Recovery einigermaßen gut. Ja, naja. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich habt ihr recht. Man muss immer ein Stück fliegen, ne? Ne, hier ist eine Raffinerie. Okay. Haben wir das schon mal debankt? Spätestens Spiel des Spielens willen die guten alten Zeiten. Ja, ist halt wirklich so. 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 Ist irgendwo da hinten ein Terminal. Ich packe jetzt einfach alles in diese Raffinerie und wenn die Hull C kommt, dann mache ich eine einzige Tour mit dem gesamten raffinierten Material und bin dann reich. Achso, ne. Das ist ein und das ist ein Mietzeug. Warte mal, ne. Admin muss man, ne? Du hast noch keine Ladung verloren. Also ich habe seit den Patches keinen einzigen Run mit meiner Vulture zum Beispiel gemacht ohne dass das hinterher weg war. So. Guck mal, was würde denn das bringen? 13k. Was ich jetzt an Bord hab. Gut. Das heißt also, die 10k aus dem Barrel würden 20k werden circa? vielleicht? Copper ist scheißegal. Also ich denke mal, ich werde das Barrel einfach raffinerieren, raffinieren, raffinade, raffinesse und dann den Rest einfach als Erz verkaufen. Ich glaube, das macht Sinn. Set a work order. Wir wollen die Warte mal, welches war die längste, die am besten? Die Dainix? Very low speed, low cost, high yield. Ja. Das ist glaube ich die, die man nimmt. kostet 1500, 17 Stunden und dafür kommt dann da am Ende wenigstens was raus. Gut. Also, jetzt haben wir den grundsätzlichen Gameplay-Loop erstmal einmal raus. Ja. Äh, hä? Okay, nichts ausfällen oder was? Hi, good to have you back. Finding everything alright? Mach ich's falsch? Oder geht das nicht, nachdem man den Work Order gesetzt hat? Aber dann hab ich ja jetzt irgendeinen Scheiß an Bord. Müsst ihr nicht hier eigentlich die Prospector auswählen können? Und das ist doch gar nicht mehr an Bord hier. Das stimmt doch alles gar nicht. Sinnlose Aufgaben ist so. Was ist denn jetzt mit dem Schiff? Oder musste man das hier noch sozusagen disconnecten? Na, hier geht's. Aber das verkauft man doch hinterher dann eh nicht. nicht, also. Ach, der hat den Rest jetzt weggeschmissen, ne? Ich glaub, so war das, ja. Also muss man erst das Erz verkaufen und dann den Rest. Okay, ja. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaub, das ist das Problem. Nuntime, Moinsen, wie geht's? Ja, ja, ist leer. Aber siehste, guck mal, gut, dass wir das jetzt mit einer wertlosen Ladung erstmal gemacht haben. und ja, ne, also ich sag das immer wieder und ich sag's auch jetzt nochmal. Mir ist durchaus klar, ich könnte das doch alles einfach nachschlagen und einfach nach Metastrategie machen und mir genau einen Guide anpucken. Aber ich will auch zocken und selber Sachen rausfinden und rumprobieren und keine Ahnung, ich würde es halt übel langweilig, ich finde auch, vor allen Dingen als Stream, wenn ich hier einfach jetzt nur irgendwas abarbeiten würde, was irgendwo in der Liste steht, die irgendeiner geschrieben hat. Das ist ein turbo langweiliger Stream dann, oder was? Also keine Ahnung. Ich denk mir, lieber selber rumprobieren, selber zocken und gucken und dann schauen wir, wie gut wir am Ende dastehen. Letzten Endes werden wir das Ergebnis hier sowieso erst wissen, wenn das alles durchraffiniert ist. Es ist so weird, dass die Düsen nicht eingefärbt sind. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die bei den anderen Skins, die ich hatte, mit eingefärbt waren, aber vielleicht ist mir das da nicht so aufgefallen. The Prospectore! Aber ich muss die jetzt benutzen, weil die muss auch alsbald eingeschmolzen werden hier leider. Aber keine Angst, wir haben dann dafür ja eine Mole. Obwohl ich echt sagen muss, aktuell möchte ich die Aquilia eigentlich gar nicht einschmelzen. Die ist echt ein Monster. Für die aktuellen Bounties also ich mag auch wirklich gerne mit der Reclaimer ausfliegen, auch Solo. Ist auch cool. aber also die Conny ist echt ein stabiles Teil. Vor allem gerade in diesem Spiel ist doch das Erkunden und Ausprobieren und Testen das Beste. Habe ich jetzt nicht aufgetankt oder was? Ich meine, brauche ich auch nicht unbedingt, aber dachte, ich hatte auch auf Auftanken gedrückt. Also, wir bleiben auf jeden Fall auf YouTube und suchen uns da jetzt mal ein paar vernünftige Steine. Find's übrigens richtig geil, dass ich halbwegs regelmäßig mittlerweile das Spiel wieder streamen kann. A, weil's überhaupt läuft verglichen mit 3,18 ist das ja fast schon gut spielbar hier und dass das auch also in diesen Chill- und Talk-Streams gut ankommt. Freut mich sehr. Ne, ne, Oberfläche. Gürtel, ich weiß nicht, ich hasse Asteroidenfelder einfach, ist einfach ein Pain. Aber das ist ja ein angenehmer Kurs hier, also du bist ja also zügig zu erreichen diese Raffinerie hier. Und dann hinterher mit der MSR hinfliegen, den Scheiß abholen und verkaufen auf Microtech. Microtech, da kannst du die Karre quasi vor der Tür parken. Ist Microtech jetzt nicht die schlechteste Wahl scheinbar. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob die Webseiten nicht aktuell sind oder was, aber was ich gehört hatte, war eigentlich so, dass die Gebiete, wo das gute Zeug ist, weiter weg von den Raffinerien sind, damit du mehr rumfliegen musst, dass sich dafür aber mehr lohnt. aber keine Ahnung. Warum kaufst du dir nicht einfach einen fetteren Laser, dann kannst du fast alle Steine knacken? Das kann man dann, aber dann ist es halt auch schwieriger, weil die Fenster dann so winzig sind und in der Prospector kannst du eh die meisten Steine nicht mehr knacken, seitdem sie das überarbeitet haben. Also die richtig fetten Dinger kriegst du nur noch mit der Moll klein. Das ist aber auch eine Sache, die dann noch ansteht. Also jetzt, es geht auch heute nicht darum, die besten Steine zu lasern, sondern einfach generell zu chillen, ein bisschen nebenher Geld zu verdienen und in erster Linie halt einfach ein bisschen mit euch zu quatschen, ein bisschen Mugga zu hören, ein bisschen zu chillen und sich einfach in dieses Gameplay mal wieder ein bisschen reinzufinden. Und dann werde ich auf jeden Fall die Tage auch nochmal mit dem Rockminer los. Da habe ich auch Bock drauf. Und dann nochmal mit der Moll, mit der Moll einmal Solo, einmal mit Crew, damit man mal so ungefähr einen Eindruck davon hat, wie sehr lohnt sich das mit einer Crew zu lasern und wie sehr lohnt es sich Solo zu lasern. Aber gerade beim Mining ist für mich eher so, das ist eine entspannte Tätigkeit, wie auch mit der Vulture. Einfach, man macht einen chilligen Scheiß und hat am Ende einfach mehr Geld als vorher. Wir haben tatsächlich ja den Laser extra ausgetauscht hier. Um halt so ein Mittel, so ein Allround Laser zu haben. Was ist da denn los? Brennt mein Schiff oder was ist los? Ich meine, wir haben vorhin einmal kurz einen Hit abgekriegt, aber... Das musste ja aber eigentlich abkönnen. An sich finde ich die Farbe übelst fancy. Aber dass die Düsen nicht mehr mit eingefärbt sind, ist echt irgendwie weird. Es gibt auch bessere Möglichkeiten, hier gezielt ein paar bessere Steinvorkommen und so zu finden. Also es geht alles, aber... Mir geht es halt wirklich nicht darum, immer das Optimum zu machen, weil das Optimum ist manchmal auch langweilig. Außerdem, für mich sollte es heute auch so ein bisschen den Hirn abschalten und chillen sein. Ich hatte das momentan echt gut gebrauchen und da sind solche Streams halt einfach Premium für und halt auch so ein ASMR-Mining-Content, hätte ich fast gesagt hier. Außerdem ist es immer eine gute Gelegenheit, um mit euch ins Gespräch zu kommen. Das sind so Streams, da hat man einfach ein Ohr und die Zeit und das Hirn, um sich mit euch zu unterhalten. So, was ist das hier für ein Aparillo? 12.000. Den kriegen wir wahrscheinlich auch nicht klein. Vermute ich mal. Achso, der hat das gespeichert vom letzten Mal. Verstehe. Ja, da tut sich gar nichts. also irgendwas so 7.000, da würde ich mal sagen, kriegt man mit dem wahrscheinlich klein. und da würde ich gleich Einfach der Sonne entgegen. Das ist eigentlich mal am besten. Dann steht man nicht plötzlich im Dunkeln da. Profi-Tipp. Sieht ungesund aus aus Leinenansicht. Nee, das ist ein Sparkle-Antrieb. Ich habe mir einen Sparkle-Drive einbauen lassen. Der pupst hinten ab und zu so ein paar Sprenkler und Konfettis raus. Ich habe mir sagen lassen, das ist besser als RGB. Aber ich habe das Gefühl, die haben mich verarscht. Meine Space Engineers. Hier ist eine richtig schöne Eislandschaft, Alter. Das davor war ja eher so ein tristes Grau, ne? Voll nice mit den Kratern hier und so. Sieht echt cool aus. Da ist er, der Screenshot. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob ich der Sonne überhaupt entgegenfliege, ja, tue ich. Guck mal, hier ist noch ein Bittenwatz. Ist ja auch krass, ne? Also man hat jetzt echt tatsächlich doch deutlich mehr größere Steine hier, die man gar nicht aufkriegt, obwohl da gar nichts Tolles drin ist. So, was haben wir da? Guck mal, der ist relativ klein. Ich muss mal einmal ganz kurz gucken in die Liste. Gneis, Quarzit, Atazamid. Ah, okay. Laranit und Beryl sind gut. Taranit kann man auch mitnehmen. Wo stand denn das hier? Warte mal. Achso, das muss ich wieder auf der anderen Webseite machen, ne? Ja. Best Buyer. Best Buyer. 7800. Naja. Könnte man mitnehmen. Gucken wir mal, was an den anderen Steinen noch so dran ist. Den kriegen wir nicht auf. Man könnte jetzt natürlich auch noch passive, äh, aktive Module mitnehmen. Der sieht mir auch zu groß aus. Dann kriegt man die ja auch auf. Was ist das? Ein 40.000er Stein? Lol. Der ist auch nicht machbar. Da ist Gold drin. Da braucht man dann schon auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr. Probieren wir es mal. Irgendwo vielleicht an einem Zipfel oder so. Oh, oh, oh. Da tut sich aber was. Oh, das ist das. Entschuldigung. Und dann werden wir es mal raus. Ja. Ja. Und dann wird es. Dann wird es. Lass uns mal erstmal nochmal ein bisschen abkühlen. Okay, also je nachdem, wie instabil und so der ist, kann man da auch nochmal mehr rausholen natürlich. Ist so scheiße zu erkennen. Schönes Ding. Glotze will sich schon wieder abschalten. Auch krass, du kannst sie ja jetzt schon direkt einsammeln. Du musst sie ja danach gar nicht mehr klein kloppen oder was. Oder hat das noch einen Vorteil? Kann man die danach nochmal kleiner machen, um das genauer aufzusplitten? Weil früher musste man die deutlich mehr zerlegen. Da ist auch Gold drin, nice. Oha, das ist doch ein ordentlicher Goldbatzen hier. Äh, ne. Ich glaube, dass bestimmte Sachen... Ähm... Achso, warte mal, erstmal gucken, ob da überhaupt Gold drin ist, ne? Ja, 44%. Ähm, je weiter die weg sind, desto wertvoller und größer können die Steine sein. So war es früher, ja. Ja, bestimmte... Also gerade die Quantenium hast du nur ab einer gewissen... Also hast du schon ab einer gewissen Distanz gesehen. Oder umgekehrt. Bin mir nicht mehr sicher. Ich hab das ein, zwei Mal auch nur gemacht. Oh, das ist doch nicht schlecht, Alter. Das ist doch schon mal... Hä? Ah, ne, okay. Das meiste, was wir haben, ist Copper. Obwohl da viel mehr Gold eigentlich drin ist. Jetzt ist er gleich voll. Cargo voll, ja. Okay, wir haben mal 10 SU Gold. Das ist ja nicht so schlecht. Und jetzt hätte ich gerne einen Marker. Dass ich das einfach wiederfinde. Das wäre halt... Das wäre natürlich der Premium-Scheiß, der noch fehlt in diesem Game. Weil da waren garantiert noch mehr so eine Goldbrocken. Jetzt halt natürlich dann die Frage, ne. Es gibt bestimmt eine Methode, wo man jetzt mehr Gold hätte rausholen können. Und weniger Kupfer. Und hier mit der Mole, mit dem Riesen-Cargo-Versen, ist es natürlich auch deutlich angenehmer gewesen, ne. Umständig natürlich immer mit dem Umsteigen. Aber bevor du drei Ladungen hin und her fliegst, kannst du lieber selber drei Ladungen vor Ort machen. Indem du ein paar Mal umsteigst. Also ich glaube, Mole lohnt sich trotzdem. Welchen Eye-Tracker benutzt du? Ich habe einen Tobi Eye-Tracker 5. Ich hätte erst überlegt, es gibt noch einen, der so einen Head-Tracker, wo du dir so ein Ding auf den Kopf setzt. Aber das mit dem Headset und ich habe sowieso schon so viel Scheiße hier im Gesicht. Mikrofon, irgendwie Kopfhörer, was weiß ich nicht, alles. Da habe ich mir gedacht, ne, das soll einfach nur da hängen und funktionieren. Und funktioniert Bombe, muss ich sagen. Selbst mit einem viel zu großen Fernseher, weil eigentlich soll das nur irgendwie bis 30, 32 Zoll funktionieren, richtig. Funktioniert aber mit den 42 Zoll auch 1A. Mussten wir allerdings natürlich was überlegen, wie ich das da dran festmache. Und habe dann über Elgato Mounts so einen Arm gebaut und es hängt jetzt genau unterm Fernseher. Und den ganzen Bart habe ich auch noch im Gesicht, ja. Ah, okay, ist immer unterschiedlich, ja. Also ich weiß nur, bei den Quantanium-Rocks war das immer so, dass du die mehrfach zerlegen musstest irgendwie. Wenn man sich SC so anschaut, sehe ich, das ist die Grafik auch nicht mehr so erstaunlich, wenn man sich CP oder Hellblade 2 anschaut. Ich finde den Vergleich super weird, ehrlich gesagt. Das hier ist eine Space-Sim von riesigem Umfang mit riesigen Planeten und Hellblade ist ein Singleplayer-Game. Natürlich sieht ein Singleplayer-Game tausendmal besser aus, genau wie Cyberpunk, weil du ja gar nicht diesen Scale hast und die ganzen Mechaniken. Du hast ja keine Simulationsmechaniken, die nebenher noch laufen in Hellblade. Und das hier ist mit 100 Spielern und Hellblade ist Singleplayer. Also ein Singleplayer-Game wird immer die bessere Grafik als ein Multiplayer haben. Deswegen gibt es ja auch so Games wie Red Dead Redemption. Klar hat das auch einen Online-Modus. Aber es ist ja primär ein Singleplayer-Game und GTA 5 ist ja auch online, aber es ist auch primär ein Singleplayer-Game. Und das ist so eine kleine Open-World, wo das funktioniert. Aber hier in so einem Format ist die Grafik halt extrem. Guckt ihr No Man's Sky oder Elite Dangerous an? So die einzigen ähnlichen Konkurrenzprodukte oder Wettbewerber? Ach, das hat schon seinen Grund, dass die alle nicht so aussehen wie das hier. Die Wolke, da sieht gerade absolut trashig aus, das gebe ich zu. Aber ansonsten, die Grafik ist schon gut und sie arbeiten ja gerade daran, dass Vulkan noch reinkommt. Sie haben jetzt ja gerade auf Gen-12-Renderer geupdatet. Das heißt, demnächst kommt auch so ein Raytracing-Scheiß und so noch dazu. Da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Ihr hättest doch gerade erst gesehen, wo ich das Video hochgeladen habe, wo ich das alte Star Citizen Video von vor vier Jahren geguckt habe. Das sah damals überhaupt nicht im Ansatz so aus, wie es jetzt aussieht. Und es sah damals schon gut aus. Also die Spiele entwickeln sich schon noch weiter. Zumal die ja mittlerweile hier, glaube ich, auch sehr viel mit so Modulen arbeiten. Das heißt, wenn sie die einzelnen Module auf tausend Planeten haben und sie upgraden ein Modul, auch nur die Textur, dann ist es mit einem Schlag auf tausend Planeten, sieht es wieder geil aus. Also ich glaube schon, dass man da viel machen kann. Und dann kommt ja nachher auch noch dazu, dass man mit Beleuchtung und so ja auch unheimlich viel rausreißen kann. Also ich finde schon, dass Star Citizen sehr, sehr exzellent aussieht. Allein für das Scaling. Ich meine, guck dir hier eine 890 Jump an und dann sag mir, dass du da auch nur im Ansatz vergleichen kannst. Ähm, dass man da in Hellblade eine bessere Grafik hat. Also das ist halt kein Vergleich. Und Cyberpunk, muss ich persönlich sagen, ist für mich grafisch auch schon sehr weit vorne, dadurch, dass die Stadt halt ein Riesenscaling hat. Aber da machen sie es halt in einer Stadt, die riesig ist. Und hier machen sie es halt eher über die Planeten. Und ja, also Area 18 sieht ja schon aus wie ein Teil von Cyberpunk fast. Wenn du einfach so einen Screenshot von Area 18 nimmst und du zeigst, dass 100 Leuten, da werden einige bei sein, die sagen, dass das Cyberpunk ist. Denke ich mal. Das ist echt chillig, Alter, mit dem Mining. Machen wir auf jeden Fall irgendwie jetzt noch eine Tour und dann würde ich, glaube ich, mal auf die Prospector switchen. Und dann können wir mal ein bisschen Savagen gehen. Ich weiß halt nur nicht so genau, ob sich diese Savage-Missionen überhaupt lohnen. Weil irgendwie hatte ich immer das Gefühl, man kriegt da nicht mal die Kosten für den, äh, für die Mission wieder raus. Aber das will ich halt unbedingt mal wissen. Also klar, die Savage-Missionen aktuell werden ja hauptsächlich benutzt, um die Kisten zu holen, die teuren. Ich weiß halt auch leider nicht, ob man mittlerweile erkennen kann oder weiß, welches die super wertvollen Kisten sind, wie die aussehen. Und leider kann man ja nicht so wirklich scannen. Also ja, man kann schon ein Stück scannen, aber so, kann ich jetzt hier einen Teil der Ärzte verkaufen und den Rest? Gold will ich natürlich nicht verkaufen. Ach, guck mal hier, also das wären schon mal 32.000 für den Run. Verglichen mit einer VHRT jetzt auch natürlich nicht super viel. Aber wir verdoppeln es ja. Ja, guck mal, das Kupfer sind 2,5, das ist wurscht. 30.000 für das Gold. Meistens verdoppelt sich das in etwa, glaube ich, wenn man es raffiniert. Das war schon mal besser, als beim letzten Mal. Hä? Kann ich nicht verschiedene Work-Oder haben? Doch, meine ich doch. Das wäre ja noch schöner. Das Kupfer meine ich. Das ist mir scheißegal. Das kann ruhig, das kann ruhig scheißen gehen. Das darf man nicht vergessen. Das kostet 4.000, das ist ja nichts. Sehr schön. Das dauert ja auch jetzt wirklich nicht so super lange, muss man sagen. Also klar, es gibt bessere Methoden, Geld zu verdienen, ohne Frage, schneller, einfacher. Wobei einfacher sei jetzt mal dahingestellt. Was mir an der Situation hier gerade gefällt, ist, dass das halt einfach eine super chillige Tätigkeit und trotzdem hast du am Ende einfach mehr Geld als vorher. Savage Mission, das ist, wenn du die Hülle von Wracks absaugst, um daraus so ein Material abzubauen. Das kannst du dann auch verkaufen. Und da gibt es Missionen für, wo du dann einen Wrack zugewiesen kriegst. Manchmal legal, manchmal illegal, kann man sich aussuchen. Bei den Illegalen hast du eine halbe Stunde Zeit, dann kommt um und bei nach der Zeit kommt das Militär. Weil das eigentlich dann ein Militärwrack ist. Und wenn du dann da rumhängst, greifen sie dich an. Oder du nimmst eine legale Abbaumission. Die sind dann halt teurer. Dafür kannst du da halt aber so lange, wie du Bock hast, dran rumknuspern. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es da auch einen Reputationsgrind gibt, dass man bessere Missionen mit der Zeit kriegt. Ich glaube aber schon. Kann man nebenbei Netflix schauen. Also, wie gesagt, ist die grüne Kiste ist die gute. Ich bin mir da halt nicht sicher. Das ist... Ich hatte vielleicht vergessen, was ich sagen wollte. Aber auch das ist halt eine absolute Chill-Situation mit dem Savage. Was ich manchmal mache, ist abends ein bisschen ein paar... Missionen fliegen und dann nebenher... Ein paar YouTube-Videos oder einen Podcast oder so hören. Das kann man auch echt gut machen. Oder einen Stream nebenher laufen lassen oder irgendwie sowas. Ah ne, warte mal. Das ist ja falsch. Ich muss erst mal wieder... Den korrekten Planeten anwählen. Ich muss erst mal wieder... 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 Mal gucken. Genau, wir bauen jetzt einmal nochmal ab hier und dann... Fliegen wir mal eine Runde mit der Vulture. Die könnten wir natürlich theoretisch... schon mal herclaimen. Weil jetzt nochmal nach... Crusader fliegen oder wo die war. Ich glaube die... Ne, aber ich glaube die war auf hohe L2, ne? Ist ja gar nicht so dumm, weil das relativ zentral liegt. Habe ich hier vielleicht sogar irgendwie ein schnelles Schiff, um da hinzukommen. Aber umsteigen lohnt sich wahrscheinlich auch nicht. Mit dem Atlas ist man auch relativ zügig da, ne? Gucken wir gleich. Erst mal gucken, ob wir nochmal Glück mit dem Gold haben. Ich glaube Gold ist aktuell auch so das... Go-To-Zeug, ne? Wenn man es findet. Das nimmt man mit. Und dann gucke ich bei der Savage-Mission einfach. Dann gucken wir, ob wenn eine grüne Kiste drin ist. Man kann ja scannen. Dann sieht man ja, was drin ist. Und ich glaube, es sind auch nicht mehr so viele Kisten drin. Und wahrscheinlich... Ist es trotzdem sinnvoll, einfach Savage zu machen und die Kisten mitzunehmen. Und dann einfach alles zu verkaufen, was drin ist. Und zu hoffen, dass man zwischendurch einfach mal Glück hat. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß es halt auch nicht. Also es gibt ja zwei, drei verschiedene Kisten, die ordentlich was wert sind. Also diese komischen Heiz. Dann ein paar von den Drogen. Lohnt sich schon. Guck mal, da hat die Sparkles raus hinten. Eigentlich müssten wir mal reparieren. Oh, die Route hier ist ja easy. Das ist ja wirklich sehr entspannt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier gebraucht haben für zwei so eine Touren. Ich müsste mal so einen Timer hier auf meine... ...Dingens machen. Auf mein Stream Deck. Kann man bei sowas mal die Zeit mitlaufen lassen. Kann man sich ja auch einblenden lassen an einem Stream. vielleicht auch eine Option. Kann man die Waldscher mieten? Weiß ich gerade gar nicht. Aber mittlerweile kann man sie in-game kaufen, glaube ich. Das war so ein Moment, da muss ich sagen, hätten sie von Anfang an das für alle reinbringen sollen. Wenn eine neue Spielmechanik drin ist, sollte das nicht nur für Besitzer des Schiffs sein, sondern auch man in-game kaufen können. Oder irgendeine günstige Alternative, um den Einstiegs-Gameplay-Loop zu machen und um es dann professioneller oder besser zu machen, und dann von mir aus ein teureres Schiff von Echtgeld oder so. Ich habe nichts gegen die Schiffsverkäufe. Bin da fein mit, aber... Manche Sachen, da sollte man dann vielleicht von seiner Standardstrategie abweichen. In so einer Situation wie mit der Waldscher, wo eine komplett neue Spielmechanik drin ist, auf die jeder Bock hat. Das fühlt sich dann schon an, als ob sie es ein bisschen ausgenutzt haben, dass die Leute das ausprobieren wollen. Auf der anderen Seite konnte man es auf dem PTU wochenlang testen, ohne dass man das Ding besitzen musste. Also ausprobieren hätte man es können. Warte mal, wo sind wir jetzt hingesprungen? Wir sind hingesprungen... Buds Growery. Und hier ist so ein grauer Fleck. Wenn hier natürlich jetzt was ist, das findet man relativ gut wieder. Das da zum Beispiel, das könnte man sich gegebenenfalls merken, wenn das ein guter Spot wäre. Das sind aber irgendwelche Diamanten, wie es aussieht, oder was? Oder das braucht einfach gerade einen Moment? Ja, nee. Kann man die eigentlich mit dem Ding auch mitnehmen? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Das ist ja eigentlich Rockmining-Stuff. Okay, geht. Aber es ist wahrscheinlich der totale Overkill. Ja, okay. Man sollte natürlich... Okay, die Explosion ist doch... Relativ übel. Macht so einen Spaß, über den Planeten zu fliegen. Das habe ich, als ich das letzte Mal Mining gemacht habe, ist ja locker ein halbes Jahr her oder so, oder länger. Das fand ich das angenehmste an der Tätigkeit, das Rumgefliege über den Planeten. Deswegen meine ich auch nicht im Asteroidenfeld, selbst dann, dass es sich vielleicht mehr lohnen würde. Weil ich finde, genau das ist das Angenehme an diesem Job in dem Spiel. Dass man hier einfach so schön über die verschiedenen Planetenoberflächen cruise. Kannst jedes Mal auch einen anderen nehmen. Ist einfach absolut angenehm. Einfach eine gute Playlist anmachen und chillen. Perfekt. Haben wir das auch irgendwie noch was? So, wo ist der Scheiß jetzt hin hier? Da, ah, guck mal hier. Oh, das sieht doch gut aus. Grundsätzlich erstmal. Der ist auch nicht so riesig hier. Was haben wir da? Quarz, Laranit. Laranit ist, glaube ich, nicht schlecht. Können wir auf jeden Fall zur Not mitnehmen. 12.000. Da ist einfach gar nichts drin, nur Quarz. Oh, der ist ja ekelhaft. Viel Spaß, den zu knacken mit diesem winzigen Fensterchen. Da sind dann die aktiven Module schon nice. Also die sollte ich mir auf jeden Fall natürlich auch reinbauen. Das ist auch gar nichts. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber ich nehm es einfach mal mit. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber ich nehm es einfach mal mit. Wie viele ist denn da drin? Das Ding ist ja riesig. Ah. Ich dachte, dass es so ein kleines Stückchen nur ist. Wie gesagt, bevor man jetzt ewig rumsucht. Und das war ja das, was mich zum Beispiel sehr abgeturnt hat, immer bei den normalen Quantanium-Mining. Das ist halt tausend Jahre nach dem richtigen Stein. Und jetzt kann es halt im Grunde einfach drauf losminern. Und gut ist. Finde ich schon eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Okay, den lassen wir erstmal weg. Gucken, ob wir den aufgeknackt kriegen. 0% Resistance, das müsste ja gehen. Ah ne, warte mal, der ist falsch. War's der? Ja. Der ist auch nicht so geil, aber den kriegen wir... Vielleicht hab ich meine Dead Zone vom Joystick auch nicht so geil eingestellt, aber irgendwie mag das Ding nicht richtig stehen bleiben hier. Ich finde, es könnte ein bisschen besser sich abheben, das hat. Oh, Legspikes sind natürlich nicht so geil. Ah, immer noch zu dicht dran. Muss ja echt aufpassen. Müssen wir gleich mal reparieren dann. Okay. Das Ding rollt einfach weg. Das ist garantiert der wertvolle Stein, der da grad wegrollt, oder? Sag mal so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Laranet das jetzt wert ist, aber wie gesagt. Wurscht unter dem Strich. Wahrscheinlich sollten wir erst mal das... Was war's? Barrel war irgendwo drin, ne? Muss ja mal wieder in den Chat gucken. Dann kommt's mit dem Patch. Also, ich hab gehört, dass sie jetzt... Die Vulture dann für alle machen. Ach du Scheiße, Alter, jetzt... Das scannt doch so lange dauert, ne? Das ist ja immer noch Platz dann. Das ist ja nice, Alter. Das hat sich ja einigermaßen gut aufgeteilt, wie's aussieht. Soll ich noch mal gucken, ob ich von oben da noch mal ein bisschen irgendwie an irgendwas rankomme, was... vielleicht sonst nicht zu sehen ist. Aber es sieht mir aus, ob das irgendwie nur zwei Steine sind, die ineinander geglischt sind. Aber eigentlich geht's fast, als ob's mehr sind. Quarz, Quarz, Quarz. Hä? So, war hier noch mehr? Habe ich irgendwas vergessen? Wir haben noch Platz. Das ist halt die Frage, ne? Ob das so ein geiler... Das ist so richtig scheiße. Ah, egal. Schön max range und dann hoffen, dass er's... Dass er's Ding nicht explodiert. Also der ist halt wirklich komplett winzig. Hallo? Hallo? Ah. Normalerweise würde ich mich an so einen Stein gar nicht ranwagen, ehrlich gesagt. Das ist halt der pure Albtraum mit dem optimalen Fenster da. Ja, alles mitnehmen. Vor allen Dingen nicht nur klein, viel man auch misst, sondern es ist halt... Dadurch ist es halt alles ein bisschen entspannter, ne? Alter, ist das ekelhaft, Junge. Also das ist halt... Komplett widerlich. Okay. So geht's auch. Das juckt mich, ob die hinterher rum explodieren. Das ist mir persönlich eigentlich relativ egal, ne? So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie einen besonders guten hier nehmen. Guck mal, da ist zum Beispiel nur Scheiße drin. Ist so dumm, dass die Steine alle so ineinander glitschen irgendwie. Das ist auch nix. Und der andere ist nicht existent oder was? Das sieht aber fast so aus, Alter, als ob da noch was... ...ein anderer Stein ist. Ach, man kann nicht zoomen in der Ansicht hier. Ist ja auch weird. So, was haben wir hier? Hoffentlich die netten Nuggets. Ja, perfekt. Ah! Wieder umgeschaltet aus Versehen. Gefällt mir viel besser als das Quantenium Mining, muss ich sagen. Es ist so viel angenehmer, einfach wirklich auch viel zu meinen. Fühlt sich viel belohnender an als diese Lotterie um den perfekten Quantenium Stein. Hatte auch irgendwo seinen Reiz und man ist dann viel rumgeflogen und so, aber das hier gefällt mir viel besser. Obwohl es natürlich sich vielleicht auch nicht ganz so krass rentiert wie das Quantenium Mining früher, aber es macht ja nix. Ist ja gefühlt alles runtergegangen irgendwie, ne? Also auch die Bountys sind ja viel schwerer geworden. Wir haben gleich immer noch Platz oder was? Ja, krass. Na, die wertvollen Brocken sind alle schön weggeflogen. Das ist gut, dann ist ja wenigstens nichts im Weg, ne? Scheibenwischer wäre geil. Ja, irgendwie ist der tote Winkel beim rechten Stick nicht ganz richtig eingestellt. Oh, das liegt am Wind. Ja, perfekt, Alter. Perfekt. Und ab geht's, Alter. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Und sehr, sehr, sehr gechillt. Wenn man so Mining als Crew macht, wer bekommt das Geld für die Ressourcen, der das Schiff besitzt? Ja, weil derjenige es in die Raffinerie packen muss. Und dann muss natürlich auch noch einer, also der Besitzer muss es ja auch in sein Schiff laden. Natürlich kannst du es theoretisch in das Schiff vom Besitzer laden und dann mit irgendwelchen Multitools hin und her schieben. Aber das ist ja halt kompletter Quatsch. Nö, aber das macht man ja eigentlich unter Kollegen auf Ehrensache. So haben wir ja auch diese Loot-Missionen gemacht. Wir haben einfach mit alle Mann sind los. Wir haben geguckt, wie viel hat derjenige, der es verkaufen soll vorher, wie viel hat er hinterher. Das wird dann durch vier, fünf Leute geteilt und dann kriegt jeder seinen Anteil. Das hat sich trotzdem bei den großen Missionen am Anfang sehr gelohnt. Weiß nicht, ob sich das immer noch so lohnt, aber das geht schon klar. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Upgrade und ich habe es jetzt nicht mal besonders effizient oder besonders recherchiert gemacht. Ich habe mich da die letzten Tage schon nicht herangetraut als Mining, weil ich dachte so, ah, lieber erstmal vielleicht auch nochmal belesen über ein, zwei Sachen. Und dann aber jetzt einfach mal heute spontan beschlossen, nee, heute ist es chill und Abbau und nebenher ein bisschen Portemonnaie vollmach-Stream. Also in-game, keine Angst. Lass die Maus los. Und probier es einfach mal aus. Und ich muss sagen, es macht übel Spaß. Also es ist viel besser als das Gesuche nach diesen einen perfekten Steinen. Und ja, natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, ich suche jetzt halt gezielt Gold oder so. Das macht bestimmt auch Sinn. Aber der Unterschied ist, dass es nicht so geisteskrank wie beim Quantanium. Und du kannst aber trotzdem noch Quantanium finden. Das ist ja nicht so, als kannst du nicht zufällig drüber stolpern und einmal so, oh, geil, nice. Dann nehme ich halt einmal das scheißteure, gute Zeug mal einmal mit. Macht das viel angenehmer, viel belohnender und viel sinnvoller. Finde ich. Das ist echt ein gutes Update für Mining. Richtig, richtig geil. Der grüne Bereich war widerlich. Aber man muss nur sagen, also können wir ruhig ein bisschen Lob aussprechen, wie schön ich diesen winzigen grünen Bereich noch relativ solide gelasert habe. Ja, da muss ein Profi her. Da kann nicht jeder mit um. Achso, und jetzt gleich auf jeden Fall reparieren das Teil, weil ich glaube, wenn wir noch so einen Hit abkriegen, kann es passieren, dass wir explodieren. Das wäre jetzt nicht so geil. Da kommt unsere Wolke. Ja, Crew Mining werde ich dann auf jeden Fall auch mal machen. Die meiste Zeit geht halt fürs Hin- und Hergefliege drauf mit einem großen Cargo Miner. Also, es kommt ja noch ein größerer. Wenn der kommt, wird es bestimmt interessant, weil da kann es wahrscheinlich einfach über jeden Stein hinwegfliegen, weglasern und einfach alles mitnehmen oder durch sein Asteroidenfeld fliegen, einfach alles wegfasern, was auf dem Weg liegt und einfach hier in AFK danach alles verkaufen. Ich finde persönlich auch, ne, also so, ja, wenn eine Tätigkeit sehr viel Geld bringt, wenn man sehr lange sucht und sehr speziell spielt, ist cool, wenn man die Option hat. Aber es sollte immer die Möglichkeit geben, für etwas weniger Reward eine deutlich, ich nenne es mal anspruchslosere Tätigkeit zu machen, wenn man einfach Bock hat, mal die Seele baumeln zu lassen. Wobei das beim Quantenium-Mining auch so ein bisschen der Fall war, aber irgendwie war es bei mir so, man fängt an und denkt sich so, oh, ich flüge einfach mal rum, gucke, ob ich was Nettes finde, aber wenn du nach einer Viertelstunde immer noch nichts gefunden hast, dann fängt es an, sich Kacke anzufühlen. Dann fängt es an, sich wie Zeitverschwendung anzufühlen. Das ist natürlich auch eine Mindset-Frage, aber da gefällt mir das hier viel besser. Also, dass man drei Touren fliegt in so kurzer Zeit und trotzdem halt ein bisschen Geld gemacht hat, das ist auf jeden Fall ein fettes Upgrade verglichen mit vorher. Da muss man dem Ding immer drinnen landen, ne? Oh, leider ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber ja, das kennt man natürlich auch. Oh, Rohkleid sind immer scheiße, wenn man so reingefahren kommt. Also, das mit der Landung, mit dem Ding muss ich immer ein bisschen üben. So, erst mal reparieren nebenher. 102. Also, es ist halt wirklich postbillig, das Ding, ne? Sehr schön. Sehr angenehm. Also, Prospect, da macht immer noch Bock. Und die ist auch nicht so super teuer. Also, die kann man sich in Game auch relativ gut erspielen. Und so ein Rockminer kostet, glaube ich, 20k oder so. Da fängt man dann an. Wenn man eine Cutlass hat, wenn man eine Nomad hat oder sowas. Einfach ein Buggy hinten rein und mit dem drauf loslasern. Bisschen Geld sparen, sich eine Prospector holen und gut ist. Das ist richtig spaßig gerade. Richtig nice. Weil du halt so einen geilen Mix hast, ne? Du hast diese Konzentrationsphase bei den Steinen. Du hast so ein bisschen diesen Überraschungsei-Effekt. Aber du fliegst halt auch durch die Gegend. Du verkaufst was. Du gehst ans Terminal. Man kommt ein bisschen rum. Ist cool. Gefällt mir gut. So, die Vulture ist 11,5. Ich glaube, wir fliegen auch da hin. Das ist ja neben Hurston. Mein ich. Freelancer Max ist auch nice, ja. Raffinerie. Theoretisch hätte ich mir jetzt natürlich die 315p claimen können. Aber ich glaube, wir fliegen einfach. Wir parken die Prospector einfach auf Port Alessar. Ne, Quatsch. Port Tresla ist es. Und fliegen von da aus dann. Die Vulture holen. Das Hin- und Herge-Claime will ich mir ja eh abgewöhnen. Das muss man irgendwann sowieso. Dann kann man es auch gleich richtig machen. So, jetzt gucken wir mal, was er erzwert wäre. Auch 30k. Ja. Das ist okay. Laranit und Barrel lohnt sich. Und das nehmen wir auch mit. Ob man jetzt noch 7k mehr hat oder nicht. Das Quarz kommt natürlich weg. Bisschen schade, dass man das nicht getrennt verkaufen kann. Macht aber irgendwo auch Sinn. Weil das ist ja alles in einem Container drin. Dann müsste man ja irgendwen haben, der es erstmal raussortiert und pullt. Achso, das war das kaputte Terminal. Ja. Ja. Connecting. Prospektor. Dynix. Laranit. Barrel und Agritium. alles richtig 26 stunden let's go sehr nice das heißt also wir haben jetzt wahrscheinlich irgendwas zwischen 150 und 200 k gemacht vielleicht mit den runs was sagt ihr könnte hinkommen obwohl der erste war nicht ganz so viel aber also 120 für die letzten beiden kann man glaube ich rechnen wenn man es verkauft kriegt das okay ich habe wieder nicht auf die zeit hat einer von euch auf die zeit geguckt wie lange wir jetzt das letzte mal hier unterwegs waren vom start hier station bis zum abgeben wahrscheinlich nicht 20 minuten glaube ich könnte hinkommen sagen wir grob 20 minuten das heißt du schaffst drei seine runs in der stunde das in ordnung was passiert beim erreichen des subgold dann kann ich meine rechnung bezahlen das alles mehr passiert auch nicht das tatsächlich einfach nur ein subgold für den live support als vollzeit streamer ja wobei das nicht ganz stimmt die 350 sind aktuell einigermaßen niedrig angesetzt weil sommerloch und wir sind ja eh alle also man merkt dass sowieso generell bisschen weniger geworden ist in der letzten zeit auch durch den denke ich mixed content der lief und so aber das ist halt das was schon irgendwie erstrebenswert wäre da die leute irgendwie nicht mehr donaten sondern nur noch subs verschenken muss man zeit leider damit machen aber letzten endes hat ja da dann wenigstens die community was von also warte mal kurz einen schluck trinken guck wie vorbereitet ich bin richtig krass einfach einfach getränke dabei richtiger profi stars in diesem spieler leider ja leider ist das spiel kein profi also irgendwie das merkt gar keiner und wieder rein genau jetzt knuspern wir mal erst mal ein paar hüllen weg der vorteil dabei ist dass du das geld danach halt direkt hast hier ist jetzt so muss dann irgendwie ein zwei tage warten bis das durch ist in der raffinerie und dann muss es halt das fertig raffinierte zeug abholen und dann noch irgendwie wieder verkaufen und das ist halt der moment wo man es dann ganz gerne mal verliert aber wenn ihr sagt die 30k recovery funktioniert momentan einigermaßen dann gucken wir mal so hat das jetzt aufgehört hier das blinzeln jawoll wird die farbe ist eigentlich echt voll geil an sich ist ja kein schwarz ist ja so ein ganz dunkles violett irgendwie sieht nice aus aber die dass die düsen einfach noch so glänzend sind sind ist halt nicht wo jetzt es ist viel schneller als ich gedacht hätte dass es ist die prospector ist echt beschleunigt nicht so schlecht tatsächlich ist aber nicht so schlimm wir wollten eh das schiff wechseln ja man muss aber halt auch sagen also wir sind jetzt lange nicht explodiert von daher hä wieso ist denn der der scheiß hier warum habe ich meine klamotten noch müssten die nicht eigentlich weg sein das andere kann sonst andere sind aber nö es ist sogar noch die getränke drin hä wieso wieso habe ich mein zeug noch wird das jetzt mit gerettet mittlerweile wenn man stirbt oder was das ist ja fancy vielleicht auch ein bug ja ich wollte es halt cool und cinematic machen in der außenansicht ausparken ich parke sonst ja normalerweise nicht außenansicht aber ich denke mir so im stream kann man ja ruhig auch mal das schiff zeigen und dann krache ich halt volle elle gegen die scheiß station weil die ja auch ganz anders aufgebaut ist als die anderen stationen in der ich sonst immer bin so was habe ich jetzt hier an optionen mustang will man einmal cool sein ach ich bin in der safe zone gestorben deswegen mein zeug behalten das stimmt ja das ist es macht schwarz mit flammen ja der trockende spruch dazu so also jetzt noch mal frage an twitch ist das jetzt endlich einigermaßen sind also ist es synchron nicht ist das okay kann man das so wieder gucken oder ist immer noch so ein ätzendes turbo delay also ich habe wie gesagt hier mit dem video die letzte mal angeguckt das war das ging gar nicht ist gut sehr schön dann habe ich das also auch endlich mal wieder weg dieses freudige problem ach so ich habe es nicht verkürzt very nice kann das sein dass horizon vorhin ein sub gedroppt hat und nicht vergessen hat mich zu bedanken ich hoffe der ist noch da ansonsten bedanke ich mich einfach während ihr zuhört dafür Das ist auch okay. Mal zwei. Haben sie den Butcher genervt? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Schon zu lange kein D4 mehr gespielt. Wieso hast du das hier direkt auf? Wollen die mich hier irgendwie loswerden oder was? Wollen die mich loswerden oder was? Wollen die mich loswerden oder was? Okay, jetzt wirklich auf. Manchmal ist es ein Grafikglitsch und dann fliegst du volle Möhre gegen die Tür. Kann ich nicht die Station selbst nochmal anwählen? Das dürfte relativ zügig gehen. Natürlich ist jetzt hier wieder irgendein Asteroid im Weg, Alter. Ja, auch eine Art, die Prospector loszuwerden. Okay. Kam der Patch denn heute oder kommt er morgen? Es gibt doch irgendeinen super fetten geplanten Patch für Diablo. Ist einfach so ein geiles Schiff, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Ist einfach so sexy. Schade, dass man denen keinen Namen geben kann. Das ist ja auch ein Pledge. Frechsi, danke für 14 Monate. Ganz ehrlich, wenn die Prospector noch voll gewesen wäre, hätte ich so einen Stunt auch nicht gemacht, mit extern verschobener Sicht irgendwie blind rauszufliegen. Avenger ist auch sehr beliebt. Sag ich mal vorsichtig. Sieht einfach so stabil aus, Alter. Ich freue mich drauf, wenn der Tractor Beam bald reingepatcht ist. Ist ja schon in Planung. Gucken, was man mit dem Teil dann so machen kann. Das ist ja schon in Planung. Da kam ein größerer Patch. Okay. Also es sollte irgendeinen fetten Balance-Patch auf jeden Fall geben. Und dass man sich direkt porten kann, ist natürlich höchst angenehm, ja. Zeitersparnis hoch 10. Wobei das fand ich jetzt auch nicht so schlimm, dass man da hingeritten ist. Nur das ist halt nicht wie in einem MMO, ne. Also du wirst ja nicht von nichts aufgehalten großartig oder von anderen Spielern. Im PvP-Bereich ist ja doch eher selten, dass du da einen Dungeon hast. Deswegen, in MMOs finde ich das geporte unnötig, weil das holt die Leute halt aus der echten Welt raus, die ja ein MMO eigentlich ausmacht. Aber Diablo 4 ist also MMO-Light. Und dementsprechend finde ich es da schon okay, wenn man sich einfach hinporten kann. Du willst halt zackig einfach deinen Scheiß machen. Und das ist ja sowieso primär PvE. Deswegen, also WoW fand ich das kacke mit dem ganzen Geporte und Gefliege und so. Das hat halt irgendwie das, was Classic so geil gemacht hat, schon zerstört. Dass man Leute getroffen hat in der Welt. Aber bei Diablo ist das fein. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt endlich mal einen Savage Run hinkriege. Ich habe es, seit ich die Waldscharpe nicht ein einziges Mal geschafft, eine halbwegs brauchbare Ladung, Savage Material zu verkaufen. Und ich habe sie, seit es sie gibt. Und ich habe sogar eine Alpha gespielt. Äh, ne, auf dem Testserver. Also Alpha, Alpha. Ja, Hüllenflut und auch andere Sachen, ne? Diese Baumsache sollte sich auch noch ein bisschen mehr rentieren, finde ich. Gerade im hohen Level-Bereich ist das natürlich nachher irgendwann kompletter Quatsch. Was geht im Vers? Ja, wir haben erstmal eben ein bisschen mit der Prospector rumgeklopft. Und jetzt fliegen wir die Waldschar holen und knuspern mal ein paar Hüllen ab. Gibt es Leute hier, die einigermaßen regelmäßig mit einer Waldschar oder sowas irgendwie Savage gehen? Also ich weiß halt nicht, ob es besser ist, die Missionen einfach zu machen. Also ich werde es natürlich machen. Allein aufgrund der Hoffnung, dass mal in einem Schiff eine gute Ladung ist. Aber... Vorher ist man ja auch einfach mal in so ein Asteroidenfelder reingeflogen auf gut Glück und hat dann da eine 890 Jump oder sowas gefunden, die man dann abknuspern konnte. Oder sowas wie das da vorne. Vielleicht auch machbar, weiß ich nicht. Die fliegt sich einfach so geil. Das ist eins der angenehmsten Schiffe, um von A nach B zu kommen. Meine 315P packe ich immer wieder aus, wenn ich mal irgendwo hin muss, schnell. Egal ob in der Station, auf dem Planeten, Alter, du zirkelst mit dem Ding durch eine Atmosphäre durch. Kein Akt. Da muss ich rein. Einen Moment. Warte, ich wollte noch ein bisschen Momentum drauf. Nightfly, danke für drei Monate im Voraus. Und dann bezahlt der Sub. Komplett nice. Achso, kann es sein, dass ich... Also die 350 Subs sind nicht das Goal für Partner Plus übrigens, ne? Weil leider sind da die Prime Subs mit drin. Vielleicht sollte ich mal auf 320 oder so runter oder so, dass das ein bisschen klarer ist. Weil das werden wir sicherlich erst nach dem Sommerloch auch nur im Ansatz anstreben können. Ich glaube aber schon, dass wir das schaffen. Ich glaube schon, dass wir es hinkriegen, mich zum Partner Plus zu machen bis Ende des Jahres. Von YouTube hierher geswitcht. Du, wenn du auf die schlechtere Qualität stehst, ist das okay. Entschuldigung. Die war schon einem Kumpel gegiftet. Habt ihr Reclaimer geholt? Das muss ein guter Kumpel sein, Alter. Oder muss er dir jetzt ingame immer Geld bezahlen? Hat er die andere jetzt eigentlich automatisch gestort? Ich weiß das gar nicht. Ich meine, ist eh egal. Die klemm ich mir sonst nächstes Mal dann auch wieder zurück, aber... Ja. Hangar 1. Aber warte mal, hier gibt es ein Multitool. Halt! Dann brauchen wir nicht eine komplette Kiste verschwenden, nur für ein Multitool. Und Duma, danke für den Prime. Stabiler Support heute, muss ich mal sagen, Alter. Richtig nice. Da können die Leute gerne mal... schnell mal ein Emote ihrer Wahl in den Chat spammen. Da könnt ihr euch mal eine Runde selbst beneisen. Richtig geil. Gestern auch schon. Und das, obwohl wir so ein lames Dinosaurier-Game gezockt haben, ne? Obwohl, warte mal. Ne, hier gab es kein Multitool, ne? Gibt es hier ein Multitool? Bestimmt. Was haben wir da? Admin. Hier bei den Waffen gibt es doch locker Multitool, oder was? Das ist doch nur wieder... ...auf Port Olisar nicht gewesen. Hi. Thanks for coming in. Hä? Das geht's doch nicht, Alter. Ach so, der zeigt gerade gar nichts an, oder was? Hä? Warum gibt's denn nirgends so Multitools mehr? Ist das so scheiße? Gib mir Multitools, du Sack! Das schreck ich nicht. Das ist ja voll dumm. Das sind nur Schiffswaffen. Das ist ein... ...Platinum Bay. Hier gibt's nur Fresskram. Ähm... ...Nö. Naja. Egal. Wie gesagt, um den Profit geht's nicht unbedingt heute. Ach so, hoch? Dein Heavy Water geht zur Neige? Was ist denn Heavy Water? Sehr guter Kumpel, wa? Einfach ein absoluter Legendenkumpel. Naja, das ist falsch. CTR heißt Click-Through-Rate. Auf YouTube übrigens. Das war eigentlich nur ein AFK-Check übrigens gerade, ne? Da ist sie! Das ist auch eine richtige Schönheit, finde ich hier, Alter. Das sieht so richtig in einem Baustellenfahrzeug aus. Das sieht richtig, richtig geil. Ah, okay. In EVE Online, verstehe. Da kenne ich mich nicht aus. Okay. Kann man ja richtig gut nach oben gucken. Okay, das geht aber echt super schnell auf. Das ist gut. Und... Genau, dann gucken wir mal nach einer Mission. Da weiß ich halt absolut nicht, Alter, ob sich das mehr lohnt oder nicht. Guck mal, das sind... Okay, die kosten Tausende, das sind aber nur kleine. Dusi... Personal müssten bessere sein. Ich glaube, ich würde aber gerne mal eine Freelancer-Max wieder haben. Wobei die Equilia könnte natürlich auch ein bisschen Zeug haben. Weil die 10k glaube ich nicht, dass du die nur von der Hülle wieder rausholst. Also keine Ahnung. Kommt mir nicht so vor. Und was natürlich bei den Missionen auch immer so ein Ding ist, du cruisest halt teilweise einfach ewig lange durch die Gegend. 12k geht jetzt natürlich, aber... Kannst natürlich auch gezielter, logischerweise, fliegen. Oder die Missionen auswählen. Einfach die Pommesgabel, Alter. Das Schiff ist einfach eine Pommesgabel. Einfach das pure Metal-Ship. Bei dem Teil ist das Licht echt schlecht gemacht worden. Du meinst die Headlights von dem Ding? Ja, man erkennt gar nichts. Also die hätte man sich schenken können tatsächlich. Yo, Zero was geht ab? Ich hab deine Playlist geklaut. Sieht aus wie ein Gerät von Caterpillar. Ne, du meinst von Drake. Und ja, steht sogar dran. Die Caterpillar ist nämlich von Drake. Caterpillar ist das Schiff. Drake ist der Hersteller. Daisy zocken. Ja, also letztes Mal war zu entspannt. Wir sind leider nicht dazu gekommen, noch zu ballern, Digga. Aber das machen wir auf jeden Fall. Ich muss immer noch ein bisschen Rap grinden für PvE-Bounties. Ich will ERTs mir angucken. Ich hab da noch ein gewisses Kanonenboot, beziehungsweise Torpedo-Boot. Mal gucken, ob das aktuell... Also ich vermute, das ist wahrscheinlich der einzig wirklich richtig brauchbare Weg, um einigermaßen vier Knete mit Bounties zu machen. Weil das aktuell einfach so unterschiedlich... Du bist ab dem vierten für fünf Wochen nicht da. Das geht aber nicht. Alles gut, Alter. Also es ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht krass entscheidend. Mir ist nur wichtig, dass wenn du dich das nächste Mal an einen Turret bei mir setzt, dass du auch was triffst. Ihr mit eurer komischen Schwabbelmauseinstellung. Anstatt den V-Joy zu benutzen, wie jeder Mensch, der einigermaßen Verstand besitzt. Mähdrescher. Ja? So eine Kooperation mit CCP entstanden. Ja, wahrscheinlich. Ja, Reclaimer finde ich eigentlich auch cool. Hatte ich auch erst überlegt, aber Reclaimer ist mir zu... Das ist zu dumm. Also A, ein armer Ficker muss immer unten wie ein Idiot die Kisten stapeln, was halt super langweilig ist. Dann ist das Schiff absolut unpraktisch zu benutzen. Der scheiß Fahrstuhl funktioniert nicht richtig. Also das wird zu... Wackelig alles noch. Wenn es diese... Munching-Mechanik schon hätte... Okay. Dann wird es sich vielleicht lohnen, die wirklich großen Wracks zu zerpflücken und so. Und ja, man kann mit der sicherlich auch Knete machen mit einer Crew. Aber da glaube ich persönlich eher dran, dass es sinnvoller ist mit zwei, drei Leuten. Drei Leute und irgendwie zwei Vulture. Oder selbst eine Vulture und... Und einer, der zwischendrin immer die Ladung wegfliegt. Das lohnt sich mehr. Zwei Vulture's und einen, der die Ladung fliegt oder so. Also... Das geht auf jeden Fall. Einfacher, komfortabler... Und wahrscheinlich schneller als mit der Reclaimer. Allein wie lange du mit dem Scheißding brauchst, von der Planetenoberfläche loszufliegen. Und du musst ja vom Planeten starten. Es gibt ja nirgendwo Hangars im All, die groß genug sind. Ah, okay. Ah, okay. Also Caterpillar ist auch ein Hersteller in... In EVE. Okay, weil Caterpillar ist auch ein Schiff hier. Das ist ja weird. Hier ist nämlich die Caterpillar eigentlich so ein... Cargo-Schiff. Kann man einer den Kometen da ausmachen, Alter? Der blendet mich. Quantum Drive is now on. Quantum Drive is now on. So. Jetzt sind wir doch gleich endlich mal da. Das ist jetzt eine Risky Mission. Und wir müssen auf jeden Fall einmal scannen. Quantum Drive is now on. Quantum Drive is now on. Ach da. Ist da noch ein anderes Schiff? Ne, ist ein Asteroid. Ach, du meinst den Real Life Caterpillar. Okay, jetzt haben wir uns komplett verstanden. Ja, das stimmt. Die Cats könnte... Daran ist es sicherlich auch angelehnt. Wobei die... Eigentlich ist die ja auch knallgelb. Da ist ja ein Paintjob drauf. Den ich übrigens übertrieben nice finde, wie ich sagen muss. Richtig geil aus. So, dann wollen wir mal. Kann ich das jetzt schon scannen hier? Habe ich den Scan-Knopf wieder nicht belegt, oder was? An mein Mauszeiger geht's? Äh, Mausklick. Barrel, Bors, Laranit. Das ist nichts, was sich wirklich lohnt, mitzunehmen. Vielleicht das Barrel, aber nö. Also wenn, nehmen wir überhaupt nur die wirklich guten Sachen mit. Denke ich mal. Am meisten sind gut. Das heißt, wir können das schnell abknuspern und uns verpissen. Jetzt machen wir das krasse Licht von dem Ding an. Achtung! Seht ihr das Licht? Heftig, wa? Komplett geil. So, wie war das jetzt noch hier? Äh, so? Oh, ja. So. Warte mal, welches war nochmal? Ja. Der Dinger ist so krass, wenn man das eine Weile nicht gemacht hat hier. Wo habe ich denn meinen Umschalter für die Laser? Ah, da. Ah, okay. So, ich nehme den. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der andere dauert halt 800 Jahre. Ist natürlich auch echt ein Scheißschiff zum abbauen, weil sie unförmig ist, ne? Kann auch, wenn es glatt läuft, mit der Maus das machen. Und ist natürlich wieder mit dem Headtracker gekoppelt. Manchmal packt es und dann ist es mit dem Headtracker gekoppelt. Ansonsten kannst du die Dinger eigentlich separat auch noch steuern. Mal so ein Horsas-Mix hier, das geht auch. Da ist noch ein Fätzchen dran. Wir müssen uns gleich jetzt noch ein Multitool craften, dann ist das ganze Zeug schon wieder weg. Okay, also die letzten Male war es auf jeden Fall so, dass dass die Server offensichtlich abgekackt sind. Oder die haben es wieder gebufft, weil das hier war vorher das hat ewig gedauert irgendwie, bis das Ding mal voll war. Und das ist rot. Ach, die Sachen jetzt auch nur noch, solange sie gelb sind. Das ist halt auch absolut entspannter Shit hier. Ich glaube, Mining lohnt sich aktuell immer noch mehr, oder? Also außer du findest natürlich eine geile Kiste da drin dann. 18 Minuten haben wir noch in der Theorie. Ich denke mal, der Rest ist wahrscheinlich unten drunter. Wollen wir mal ein bisschen auseinander machen, den Laser. Das ist allein schon lohnenswert, um die besseren Missionen zu kriegen. Also ich gehe mal davon aus, die kriegt man, wenn man ein paar von denen hier gemacht hat. Leute überfallen lohnt sich am meisten. Ja gut, das ist klar. Das wird dann auch viel mehr werden jetzt demnächst. Habt ihr gesehen, dass sie eine Mechanik einbauen, dass du auf fremden Schiffen sozusagen trespassen kannst? Das ist halt auch richtig geil. Dann darfst du dich nämlich auch verteidigen, ohne dass, also wenn einer in dein Schiff kommt, dann darfst du ihn töten, ohne dass du Crimestead bekommst. Das ist ja jetzt aktuell so, wenn einer bei dir einbricht und du schießt als Erster, dann bist du der Gelackmeierte. Ich finde auch, sie sollten es machen, dass man mit einer Ladung durchaus beides craften kann. Wäre halt schon geil. Aber das reicht halt nicht. Jetzt müssen wir wieder nach vorne. Weiter salvagen. Und dann kann man sich den Aufsatz craften. Und dann eines Tages kann man da weiter machen. Und deswegen zum Beispiel ist es halt eigentlich geil, sich gleich ein Multitool mitzunehmen. Dieser Sitz ist aber auch echt... Ich beden wir then. Okay. Und dann muss das案 Komplette Knusperparade. Ich verstehe nicht, dass ausgerechnet bei so einem Schiff die Scheinwerfer so scheiße sind. Also es ergibt ja gar keinen Sinn. Du müsstest ja eigentlich gerade hier erkennen, was du tust. Dann bauen sie da so eine popligen Kack-Minilampen ran. Jetzt gleich wieder. Wundervoll. Wenn jetzt natürlich noch irgendwie ein, zwei wertvolle Kisten an Bord gewesen wären, ist natürlich perfekt. Vielleicht ist das sogar auch sinnvoller, wenn sie es so machen. Dass also die Schiffe nicht teilweise komplett vollgeladen sind, sondern dass du halt einfach mal so zwei, drei Kisten nur hast, die über sind. Aber dafür können die halt auch einfach manchmal komplett wertvoll sein. Achso. Äh, hä? Wieso hat er den jetzt rausgeschoben? Die ist doch eigentlich gar nicht... Was ist denn mit der Waldschirm momentan los? Also ich verstehe nicht, warum... Der darf das eigentlich gar nicht rausschieben. Das ist total dumm. Und jetzt ist die auch wieder blockiert, oder? Ich kann jetzt nichts mehr machen. Das habe ich jedes Mal jetzt mit dem Ding. Dass ich zwei Kisten abbauen kann und das war's. Weil ich jetzt natürlich kein Multitool habe. Hätte ich ein Multitool mit Aufsatz und allem... Weil der schiebt das da irgendwie raus. Aber jetzt ist doch das Ding eigentlich leer. Also es ergibt ja gar keinen Sinn. Nö. Okay. Also er hat es einfach rausgeschoben. Nice. Gut, dann muss ich jetzt einfach mal, so weiß ich nicht, mal so Hälfte voll. Und dann crafte ich mal erst mal. Aber sonst schiebt er dann die nächste Kiste auch noch hinterher. Naja, das ist besser auf jeden Fall. Eine Hand am Stick. Also okay, das klingt jetzt falsch. Na, wenn man jetzt die eine Kiste abzieht, die das Multitool gekostet hat. Und da ist ja noch Savage dran. Also so schlecht sind die Missionen tatsächlich gar nicht. So, jetzt bauen wir uns kurz das Multitool, damit wir nicht plötzlich so einen Kisten-Glitch haben. Die Diebstahlrate von Schiffen wird steigen. Na, die wollen halt das Piraten-Gameplay auch irgendwie jetzt mal an den Start bringen, ne? Das ist ja... Guck mal, die Leute sagen, man hat in den Spielen nichts zu tun, es gibt nichts, bla bla bla. Ja. Wenn du dann Piraten hast, um die du dich kümmern musst, wird das ganze Spiel tausendmal interessanter. Weil es einfach nur noch Sinn macht, in Gruppen zu fliegen mit wertvollen Sachen. Weil man Solo deutlich größerer Gefahr ausgesetzt ist. Es wird so viel interessanter dadurch. Und ganz ehrlich, Alter, wem das nicht gefällt, der ist dann hier im falschen Spiel, leider. Das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Das gehört halt hier von Anfang an dazu. So, jetzt können wir auch Sachen bewegen. Perfekt. Elf Minuten, also. Ich muss ranhalten. Kann sich einfach dahinter stellen und drücken, übrigens. Der Follow wurde zurückgezogen, wat? Keine Ahnung, was das heißen soll. Also, ich glaube, der andere Laser ist halt effizienter irgendwie. Dafür dauert das alles ein bisschen länger. Also, wenn du natürlich jetzt eine Mission hast, wo du nicht unter Zeitdruck bist, der wahrscheinlich sinnvoller. Ich stoße mit meinem Stick erstmal hier gegen meinen Stuhl. Das ist nicht gut. Da ist noch ordentlich was dran. Da ist auch noch was dran. Da unten ist auch noch was dran. Ja, wo soll da noch was dran sein? Oben habe ich doch auch schon abgeknuspert. Da ist auch rot. Aber angeblich ist da noch ein gutes Stück Savage dran. Da kann man hier so reinlasern. Verstehe. Seltsam, dass er den Snapfighter nicht abbauen kann, ne? Ja, diese Spielinteraktion ist halt richtig nice eigentlich, ne? Also, ja, natürlich, klar ist es ärgerlich, wenn dich jemand überfällt. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch die Gelegenheit, jemand anderen einfach mal abzuknallen. Das öffnet halt so viele Gameplay-Möglichkeiten auch, dass du halt einfach sagen kannst, okay, hey, ich biete halt einfach einen Schutz an. Wenn einer für ein paar Millionen von A nach B fliegt und dabei einfach sicher sein will, dann kann ich ja mal mit zwei Leuten, mit ein paar Extraschiffen, und dann gibt man eben halt Geleitschutz. Und alle haben was davon. Da steht doch 99 Prozent. Also müsste doch eigentlich nur was abzubauen sein, oder was? Aber ist nicht. Ich weiß halt nicht, ob die Anzeige einfach nur buggy ist, oder was? Wo soll denn hier noch so viel Zeug dran sein? Also, das ist echt schwer zu erkennen bei der Kiste, ne? Ach, da. Also, die Conny ist nicht gerade das schönste Schiff zum Abbauen, muss man sagen, ne? Diese absolut unförmige Scheiße. Ich glaube, den Rest lasse ich einfach. Wir spekulieren auch drauf, dass wir, ähm, dass wir eine Kiste noch finden, die wertvoll ist, um so ein bisschen so eine Mischung aus allem zu haben. Erstmal weg hier, damit wir nicht verhaftet werden. Angeblich ist da noch ein bisschen was dran, aber die Stellen hier zu finden, ist halt super nervig gerade. Ergo brechen wir die Mission ab. Ach, guck mal, wir haben gar keinen, also nicht, dass wir es wahrscheinlich brauchen, aber ich wollte abends immer annehmen. Immer. Origin, Eclipse. Okay, ne Eclipse könnte eventuell ein bisschen mehr dran haben als ne 300i. Kostet auch nur ein Doosie, aber die hat natürlich keine Ladung. Freelancer Dirk, Cutlass, Conny. Connys sind aktuell wahrscheinlich unsere beste Option, so eklig das ist. Wobei, ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wo die sind. Lol? Einfach um die fucking Ecke. Oder haben sie es jetzt endlich gemacht, dass man die Mission in seiner Nähe bekommt? Das wäre natürlich richtig nice. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, ob sie da was dran geändert haben. Davor wurde es halt Querlix-Wörse irgendwie geschickt. Beacons für Eskorten und so wäre geil, also das sollte das Spiel auch schon regeln. Weil ansonsten müssen die Leute im Voraus bezahlen. Und das ist halt auch wieder so ein Vertrauensding, ne? Oder du musst es so machen, dass die Organisationen quasi Bewertung haben können, wie gut sie arbeiten. Aber dann weinen wieder die Kackleute rum, die nichts können, dass keiner ihre Organisation haben will, weil die eine schlechte Bewertung haben. Das ist halt wieder die Frage dann. Wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht bei CRG nachher vielleicht sogar so ist, dass sie da sagen würden, so, ja, ist schon halt euer Pech. Ach da. Das seitliche UI? Welches seitliche UI? Was hier in dem... Ne, das ist glaube ich nicht neu. Also, ja, es wurde irgendwann mal neu gemacht, aber... Das ist schon weich hinher. So, erstmal scannen. Das ist schon weich hinher. Nö. Nichts Wertvolles drin. Glaube ich. Ich glaube, boah, es ist auch... Nicht so wertvoll. Das heißt, wir können direkt drauf loslasern. Ach so, können wir nicht. Das hätte ich natürlich machen sollen, bevor ich herfliege. Damit ich die... Zeit hier nicht ablaufen habe, während die Aggro-Leute kommen, aber... Jetzt sind wir ja Profi beim Abbau von der... Conny. Ergo dürfte das jetzt natürlich auch viel schneller gehen. Warum ist die so fucking... Ah. Wollte gerade sagen, ist die zu flach, um die Kiste darauf zu packen. Das war ja richtig scheiße. Kleine Infoleister. Ach so, ja, ja. Das ist neu. Es gibt jetzt auch so ein Mini-Tutorial für neue Spieler. Das ist auch ganz geil. Übrigens auch bringt, glaube ich, 30K oder so. Also, sehr empfehlenswert, das zu machen. Gerade am Anfang hast du dir da direkt einen Quantum Drive kaufen oder sowas. So, auf jeden Fall erst mal mit der Sonne lasern. Das war übrigens gelogen mit dem Profi, ne? Also, ich habe immer noch ein furchtbares Schiff zum Abbauen. Aber das war wahrscheinlich auch eins von den Stücken, wo ich übel was... Also, ordentlich was übergelassen habe. Aber wahrscheinlich ist es sowieso nicht so sinnvoll, das so akribisch abzubauen. Zumindest nicht, wenn man auch mal auf ein bisschen Kisten spekuliert. Aber das ist halt aktuell echt ganz geil. Es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen für so viele Tätigkeiten. Na, ich weiß, viele sagen immer so, es tut sich so wenig in dem Game. Aber also, in den letzten paar Monaten hat sie echt viel getan, finde ich. Was das deutlich interessanter macht. Ganze Multicrew-Sachen. Die neuen Spielmechaniken sind geil. Das neue Mining macht übel Bock, wie wir ja vorhin festgestellt haben. Das können wir nicht abbauen. Das können wir nicht abbauen. Hä? Baut er da nichts ab? Doch. Ach so, der andere Lasers hat sich umgeschaltet. Verstehe. Ah. Okay, ja. Dann dauert es natürlich länger, ist klar. Bin mal gespannt. Wie lange das in der Gänze dann nachher jetzt hier dauert. Aber es ist richtig geil. Also wenn man beide Schiffe hat, eine Prozzi und das Teil hier. Und du willst noch chillig einfach den Abend einfach mal entspannen. Carwash Simulator hier und ein bisschen Steine lasern. Absolut nice. Und die Zeit fliegt, Alter. Ich finde trotzdem, das könnte ein bisschen schneller gehen, das abbauen. oder etwas mehr etwas mehr bei rauskommen am Ende. Schneller. Da ist nix mehr. Ah, hier ist noch ordentlich. Kann man die Cargo-Ramp nicht abbauen, weil da die wertlosen Kisten quasi draufstehen? Äh, nee, kannst du leider nicht. Das wäre natürlich was, ne? Ach ja, genau. War ja schon wieder eine Kiste vor. Ach, kurz die Beine vertreten, Alter. Yo, Bon Jovi. Was geht ab? Moin. Ah. Er fährt die halt auch einfach raus, ne? Also, ist irgendwie weird. Er sagt zwar, die sind verdeckt, aber er fährt sie trotzdem einfach raus. Das war aber auf dem PTO definitiv nicht. Okay. Natürlich. Das sieht ja doch immer noch total funktionsfähig aus hier, obwohl da schon ordentlich abgebaut wurde. Ergibt für mich einfach keinen Sinn, dass man den Snapfighter nicht abbauen kann. Oder? Geht das? Ne. Zieht da drunter irgendwas weg? Oh, jetzt. . Kann ja teilweise deutlich länger dran rumziehen, als ich manchmal glaub. Aber auch da, ne? Da steht jetzt 99%. Aber ist doch nix. Also... Das stimmt halt leider auch nicht so richtig. Immer, ne? Wahrscheinlich, weil er dahinter irgendwas angetargetet hat. So, da ist angeblich auch noch ein bisschen was. Ich glaub, immer wenn das so orange leuchtet, ne? Dann... Dann zieht man noch was weg. Naja, das leuchtet immer so orange. Also am angenehmsten ist, glaub ich, irgendwie eine C2 oder sowas abzubauen. Ist halt einfach richtig schön glatt und easy und einfach zu verstehen. Dieses komische... Schmutzschiff hier. Ist halt einfach wirklich ein Albtraum zum Abziehen. Angeblich ist noch so viel da. Aber wo? Schein immer auf der anderen Seite, ne? Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Feuert den Laser. Da oben ist das Nackenstück, Alter. Das muss ab. Da war noch ein... Direkt... Direkt rot geworden. So muss das aussehen, Alter. Ich würde es schon so lange mal machen wieder. Also es waren immer bisher nur so Mini-Ausflüge mit dem Ding. Aber wir waren jetzt schneller auf jeden Fall. Die nächste Conny, die snacke ich so weg. Mit zwei tiefen Atemzügen. Du bist da 30 Stunden auf den Beinen. Gesamte Wohnung durchgeputzt und zur Belohnung habe ich mich komplett hack gemacht. Also entweder hast du dich komplett nackt gemacht und deine Autokorrektur spinnt. Oder du hast dir sehr viel hack gemacht. Beides ist auf jeden Fall völlig in Ordnung und legitim natürlich. Oder du hast dir nackt Hack gemacht. Ich muss das auch nicht wissen. Also nicht, dass du jetzt anfängst zu tippen. Oh, guck mal. Das sind ja schon mal acht Kisten voll mit... Wundervollem Loot. Und... Oh, oh. Okay, wir müssen weg. Tschüss. Im aktuellen Zustand kämpfe ich mit der Prospector-Garantä... Nee, ist irgendwo auf, äh... Oh, die haben... Die jammen das System sogar. Krass. Ähm... Es gibt ein Video, glaube ich sogar... Ja, ja, gibt's auf Eddie Uncut noch. Äh, da bin ich mit der Prospector... Äh, klatscht mit der Vulture los und hab dann gefightet. Und hab auch mal getestet, ob man mit der kämpfen kann. Es geht natürlich, aber kommt natürlich immer auf die Gegner drauf an. Aber jetzt grad hier... Die KI ist so krass geworden. Nee, danke. So, die kann also auch abgebrochen werden. Weg. Ne, Vakery. Da könnte was... Oh, die Freelancer Max ist gut. Da hatte ich tatsächlich schon öfter mal Glück. Also entweder hab ich unfassbares Glück heute. Oder die haben's gepatcht und man kriegt nur noch Missionen in seiner Region angezeigt. Was übel nice wär. Also natürlich war das geil, dass du mehr Auswahl hattest und gezielter halt bestimmte Schiffe suchen. Aber jetzt fliegt man wenigstens nicht mehr pausenlos durch die Gegend. Tausend Kilometer. Weil das war zwar für das Loot-Gameplay gut, aber nicht für das Savage-Gameplay. Und man sollte ja natürlich bei den Savage-Missionen wahrscheinlich primär das Savaging belohnen. Und das hat sich ja gar nicht gelohnt für so ein bisschen ein paar Kröten. Jedes Mal irgendwie eine Viertelstunde durch die Gegend zu jockeln. Vor allen Dingen mit so einem Popel-Quantum-Drive hier. Das ist ja geil, Alter. Das muss ich mal sagen. Haben so direkt wieder vernünftig gemacht. Was am Anfang gestört hat. Hallo? Ah. Star-Map. Klassiker. Wie genau funktioniert das mit dem 30-Carry-Store eigentlich? Dann ist das Schiff einfach wieder irgendwo direkt zu claimen, ne? Nach einer halben Stunde oder so. Oder manchmal auch direkt. Da ist unser Schiff. Das mit dem Hinspringen funzt auch super. Also viel angenehmer als vorher, muss man sagen. Noch einen Schluck trinken. Was? Wasser, der Quell an den Lebens. Tu mal, gute Nacht. Danke fürs reingucken. Also in der Freelancer-Max hatte ich bisher richtig oft Glück. Leider auch nichts Tolles drin. Aber also wirklich richtig nice, dass sie... Hä? Ah. Man muss... Jetzt kann ich... Nee, kann ich? Kann ich? Kann ich nicht? Geil, Alter. Ich kann nicht mehr... Kann jetzt nicht mehr bei der Maus steuern hier, oder was? Was habe ich jetzt zum Fick schon wieder gedrückt, Alter? Dass ich hier nicht... Nicht nach links und rechts drehen kann, Alter. Why? Dann halt nicht. Ist ja eh nicht so viel dran. Das ist der falsche Beam. Schiff ist in deiner Heimlocation. Du darfst nicht claimen, sonst ist die Ware weg. Ja, das ist klar. Also claimen zerstört ja alles, was da an Bord ist. Freelancer viel geiler. Erstmal die Farbe, weil das viel leichter zu erkennen ist, wo man wirklich schon abgebaut hat. Das ist das, was da an Bord ist. Wie viel weniger bekommt man eigentlich mit dem breiten Beam? Keine Ahnung, aber... Es dauert halt so lange, dass ich nicht glaube, dass sich das überhaupt rentiert. Aber ich, ganz ehrlich, mache einfach mit dem, weil es einfach schneller geht, sich schneller anfühlt. Vielleicht, wenn man sehr genau lasert, rentiert sich das schon. Aber K.A. Vielleicht weiß es einer aus dem Chat. Also da muss ich wirklich sagen, so sehr ich die Freelancer auch vielleicht nicht mag, zum Abbauen ist sie einfach viel geiler. Richtig schöne große Chunks. Schöne Farbe, kann man wenigstens auch erkennen, wo noch was dran ist. Allein was an diesem Mittelstück hier dran ist. Absolut zart. Richtig schöne zarte Filetstücke, Alter. Ich hoffe, sie machen es bald, dass man sich den Server-Chart aussuchen kann. Das wäre halt auch nochmal richtig nice. Nice, konnte man... Wo konnte man noch Kisten hinpacken? Hier, snapped nix, ne? Nee. Okay, dann haben wir es ja bald. Zwei Kisten, drei und eine noch drin. Aber wenn die dann nachschiebt, dann haben wir ein Problem. Also da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Weil hier snappt ja nix. Ich verstehe nur nicht, warum. Aber egal. Also wir machen jetzt noch zwei Kisten... Oder wir knuspern das Ding jetzt noch ab hier. Und dann verkaufen wir den Scheiß. Und dann können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen Prospector verleihen. Zero, gute Nacht. Also da... Okay. Oder wir knuspern das Ding jetzt noch. Und dann hab ich mir verleern. Wenn wir die Hölle jetzt an, wo wir das Ding jetzt nehmen, Und dann geht es um den Zug. Das Ding jetzt einen Vorschlag. Wenn der in der Stelle dann geht, dann geht es um den Zug. Und dann geht es um und das auch etwas vor. Und dann geht es um den Zug. Und dann geht es um das. Und dann geht es um das. Und dann geht es um. Das ist so eine wundervoll beruhigende Tätigkeit. Ich glaube, alle auch einfach nur noch am Lurken und am Chillen hier gerade. Ich habe auch nicht so wirklich die Gesprächsthemen momentan. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist einfach zu wenig los bei mir, worüber ich reden kann und will. Aber ich freue mich trotzdem massiv, dass ihr am Stissel seid und eine Runde mit mir hier chillt und Musik hört. Das ist ja auch mal nice. Lasern wir mal erst mal die Seite weg. Endlich Hülle bei D4, der ja nice in meinem Penis. Ach so, habe ich die Lampe eigentlich wieder aus jetzt? Ja, okay, viel bringt die nicht, aber ein ganz bisschen. seltsam, dass er da Rot anzeigt, obwohl da noch ordentlich was dran ist. hoffentlich schiebt er die andere Kiste jetzt nicht in die erste volle Elle rein. Also die Freelancer hat viel mehr Zeug dran, oder? als die Conny. Der Space-Dildo. Fühlt sich auf jeden Fall an, als würde sich das deutlich mehr lohnen, die abzubauen. Wenn wir jetzt explodieren, dann schiebt er die Kiste leider in die andere rein. Ich hoffe nicht. Gerade von der Spätschee nach Hause kommen, da bietet sich der Stream perfekt zum Runterkommen an. Ja, das ist auf jeden Fall auch nice. Bisschen schälen. Bisschen dummes Gesabbel sich reinziehen von irgendeinem bärtigen Spacko. Okay, also der hat's nicht nachgeschoben. Manchmal ja, manchmal nein. Ist wahrscheinlich Glücksspiel. Äh, kann man die da ransnappen? Nee. Okay, also wir haben jetzt eigentlich... Au, 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 lol. Okay, ja, ist klar, alter, töte mich halt gerne. So, ich glaub, wir nehmen noch ein... Obwohl, ich glaub, kann man die verkaufen, wenn die nur so halb voll sind? Ich glaub nicht. Wir nehmen das einfach mal so mit. Oh, geil, alter. Dann können wir ja nicht mal wieder in Hurston verkaufen. Hurston war ich schon ganz schön lange nicht, Lawville. Cool, 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 cool. Major-Talk-Imbalance. Uncool. Im Jacuzzi würde der Spack auf ihr besser aussehen. Alter, so weird. That's weird. Also, ich will für dich hoffen, dass du irgendeine weibliche Persönlichkeit bist. Ich weiß nicht, warum man als... Also, okay, natürlich ist es auch völlig okay, wenn du dir gerne einen Mann im Jacuzzi angucken willst, wenn du ein Mann bist, aber... Für mich ist es befremdlich. Ein bisschen so das Brusthaarkraulen, deinen Namen auf den Arm schreiben, das wäre so deine... Deine Version vom Runterkommen wahrscheinlich, ne? Oh nein, ist jetzt Nacht, oder? Bäh. Pommes-Kabel! Es ist einfach geil. Es ist einfach so geil. Und so scheiße gleichzeitig. Es ist einfach... so ein... abgefahrenes... Produkt. Alter, die Frames in Lorville sind ja so scheiße. Warte mal. Erst mal gucken, Alter. Dann wollen wir mal nach außen an sich, weil... im Cockpit ist alles immer so duster. Das ist das Teil, oder? Ah, da. Da sieht man doch die... Landebahn. Let's make some money! Das lese ich nicht vor. Paketdienst finde ich auch geil. Das werde ich mit dieser... mit meinem Starterpaket mal machen. Ah, ist so geil geworden, Lorville, jetzt, ne? Sieht einfach so schick aus. Leider nachts... Wobei, also es sieht auch nachts geil aus. Alter, wie viel Boost hat denn das Ding? Kannst du ja volle Pulle durchziehen. Ist einfach nur insane, Alter. Ah, da ist tatsächlich eine Öffnung. Guten Morgen. Du bist in der Safe-Zone. Guten Morgen. Du bist in der Safe-Zone. Oh, nicht schlecht, Alter. Für... Oh. But... Oh! Also... Für First-Person? Bisschen... Bisschen doll? Wir sind gelandet. Ich hab's geschafft, ne volle... Vulture... ...in der Stadt zu landen. Wo ich die Scheiße da kaufen kann. Gut, doof jetzt natürlich. Jetzt müssen wir diesen Kack-Zug nehmen hier. Oh, das tut gut, Alter. Ich hab das Ding schon so lange nicht ein einziges Mal eine komplette Savage-Sache gemacht. Aber es macht halt echt einen krassen Unterschied, finde ich. Äh, dass man jetzt halt wirklich die Savage-Mission nur in seinem Planetensystem bekommt. Dadurch, äh, geht das dann halt auch einigermaßen zügig. Also davor war's halt einfach nur dumm. Mal gucken, wie viel das jetzt bringt. Aktuell. Waren hier nicht auch Displays jetzt? Sind die wieder weg? Haben sie die Displays da wieder weggepitcht? Hä? Sehr weird. Oh, weißt du was, Alter? Wo wir gerade hier sind? Können wir mal kurz ein paar Autos kaufen. Die kosten ja nix. Und ein Rockminer. Dann haben wir auch gleich was von der Knete gekauft, die wir gleich machen. Oh, hallo, Schönheit. Na? So, genau. Äh, äh, Anvil, Ballista, Spartan, Centurion. Nee. Die brauchen wir auch nicht. Die Dinger sind geil. Du kannst die Hoverquads halt auch im All benutzen. Die sind wirklich Snubfighter. Genau, ein Mule kaufen wir, weil warum nicht? Ups, falsch. 15k kostet ja nix. So, ein Rockminer. Das ist der für zwei Personen. Das ist der für eine. Okay, 172k kostet der Rockminer. Also, haben wir. Das sind die interessanten hier, die Tumblr. Cyclone, Cyclone RC. Ich glaube, ich nehme die Racing-Version. Rot sieht nice aus. Na genau, nice. Der hat eine Knarre, glaube ich, dran, ne? Der auch. Ich führ noch einen mit einer Knarre. Man weiß ja nie. Geil. Eclipse kostet 3,4 Millionen. Reclaimer, 15 Millionen. Aegis hat echt ein paar meine Lieblingsschiffe, ey. So, jetzt haben wir das. Dann können wir verkaufen. Ach so, ähm. Wo ihr jetzt hier eh gerade abhängt. Das könnte demnächst mal sein, dass ich zwischendurch mal einen Multistream mache. Äh, mit, also wo der nicht, äh, Twitch mitläuft, sondern vielleicht nur YouTube und Kick. Vielleicht mal ja auch Multistream nur mit Kick und Twitch. Wobei ich nochmal nachschlagen muss, wie gesagt, ob das überhaupt geht. Weil da bin ich mir bei Twitch gerade nicht so sicher. Natürlich fährt er mir von der Nase weg. Aber, dass ihr da Bescheid wisst. Also, ich will auf jeden Fall mal ausprobieren, wie es da ist. Multistream, genau. Nicht Mudistream. Der AA ist Anti-Air mit Raketen. Jaja, hauptsache irgendwas Bewaffnungsmäßiges. Ich muss doch in diesem Paket, Deans Grind, auch wirklich mal durchziehen. Da gibt's ja später auch richtig gute Missionen. Tanz Bärmoin, wie geht's? Du Jungspund. Mit 84er Baujahr. Ich mit meinem 83er Baujahr. Als alter Knacker. Ja. Achso, die Mission könnte jetzt mal abbrechen. Aber wir können mal festhalten, dass seit wir den Server gewechselt haben, läuft's reibungslos. Also, einige Servers scheinen momentan gut zu funktionieren, andere eher nicht so gut. Es bessert sich. Definitiv. Die letzten Tage war das Spielerlebnis für mich deutlich besser. Und ich glaube, heute Mittag, wo ich versucht habe aufzunehmen, das Video kommt übrigens trotzdem. Äh, da habe ich mir nämlich die Prowler angeguckt. Ein bisschen Alien-Schiff. Da hatte ich auch massive Probleme mit YouTube und so. Und ich glaube einfach, dass die hier durch den Glasfaserausbau irgendwie wahrscheinlich das Internet irgendwie in Mitleidenschaft gezogen hatten. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Wenn ich mir überlege, Alter, wenn man das jetzt im Microtech machen würde, wo du dann quasi direkt neben New Babbage einfach landen kannst und direkt verkaufen, spart man da auch nochmal ein bisschen Zeit. Crazy Train. Es gibt Alien-Schiffe, ja. Ganze Batterie sogar. Da. Du ahnst es nicht, Junge. So, mal gucken, wie viel Knie dir das bringt. Ist das jetzt hier an den Dingern? Ich glaube, ja. Nee, nicht die Mule. Walscha. 92K. Ist nicht so viel, muss ich sagen. Wenn ich mir den Aufwand überlege. Das waren jetzt drei Savage-Missionen. Okay, man muss sagen, wenn man jetzt dreimal eine Freelancer-Max hat, okay. Dann geht es ein bisschen schneller. Aber es ist nicht so viel, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sich das krass lohnt. Also für die entspannte Tätigkeit nimmt man es gerne mit, klar. Aber das ist ne VHRT-Group-Mission und ne halbe. Nicht mal. Rein vom Geld jetzt. Äh, das stimmt aber nicht hier, was jetzt da steht. Hatte ich nicht eben schon 320K? Ah, wollte gerade schon sagen, Alter. Ja, aber trotzdem gut. Also, für das entspannte Rumgepimmel ist das top. Äh, nee, Savage. Wir haben mit der Vulture ein paar Savage-Missionen gemacht. Und dann nochmal, ja gut, 30K abziehen für die Missionen. Also das ist echt, also, nee. Das ist nicht gut. Die Savage-Missionen. Außer du findest halt ne Kiste auf gut Glück, ne? Hier stehen die Namen aller Leute, die drauf reingefallen sind auf den Scheiß. Also guck mal, das hab ich ja gar nicht berücksichtigt. Wenn man 30K nur an Kosten gehabt, um überhaupt zu den Missionen hinzufliegen. 60K für die Arbeit. Uff, Alter. Also da sollten sie auf jeden Fall nochmal was machen. Oder wie macht ihr das? Also, ja, ist chillig. Und man ist jetzt auch nicht groß aufwendig oder fordernd. Und natürlich auch längst nicht so frustrierend, wie manchmal Bounties sind. Aber, also, wenn ich jetzt nur Geld machen wollen würde, würde ich nach wie vor lieber in meine Conny oder die Redeemer hüpfen und einfach ein paar Bounties machen. Geht einmal schneller. Das Geld ist sicher. Kein 30K kannst du dir mehr wegnehmen. Auf den Weg zurück. Da, äh, hat sich das Mining mehr gelohnt. Und wir hatten bei dem Mining nicht mal super krasses, äh, Glück. Das ist ja schade. Also nach wie vor sind die Missionen eher interessant für die, um die Kisten rauszuholen. Ja, es wäre ein anderer Schnack, wenn jetzt natürlich eine gute Kiste dabei gewesen wäre in einem von den Schiffen. Was ja durchaus passieren kann. Ich find's nur krass, wie viel mehr sich die... Hat der Zug grad ne Beyblade gemacht? Ja, ne? Ähm, ich find's krass, wie viel mehr sich die... Die Freelancer-Missionen immer lohnen. Also die Freelancer-Mix hat aber mir... Zwei-von-dreimal krassen Loot drin. Gut, ich glaub, das ist mittlerweile gepatcht. Aber auch das Abbauen und alles. Also viel mehr dran, viel besser abzubauen. Ne große... Große Stellfläche, wo theoretisch... Guter Loot drin sein kann. Okay, also bei dem Mining muss man jetzt natürlich dann auch nochmal einmal den Weg zum Verkaufen mit einbrechen. Aber das ist jetzt ja wirklich nicht so viel. Das ist ja sehr enttäuschend, das Salvaging, muss ich sagen. Vom... Vom... Ja gut, wenn du nachher natürlich die größeren Felder kriegst, lohnt es sich vielleicht mehr. Ja, aber... Ich weiß ja nicht, Alter. Das ist echt enttäuschend, muss ich sagen. Also dafür, dass die so teuer sind, die Missionen. Oder es lohnt sich eher, die kleinen zu machen, wenn man wirklich nur den Savage will. Aber da fliegst du natürlich auch viel rum. Auf der anderen Seite, die kleinen Schiffe gehen ratzfatz abzubauen. Muss ich, glaub ich, nochmal... Muss ich nochmal ausprobieren. Jetzt muss ich erst mal meine Toilette ausprobieren. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe halt gehört, dass die Paketmissionen sich nachher auch irgendwann richtig lohnen, aber auch da habe ich nie wirklich viel, viel reingespielt Okay, das ist alles egal Ich hasse das, wenn man nicht nach oben gucken kann Alles klar, jetzt hier auch ein Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt auf den Starterpaket-Account Einfach mal so die komplette Starting Experience haben Hatte ich ja nie Weil ich zum einen Ja, von Anfang an gestreamt habe Dann hat mich Shuggles ja auch Am Anfang gleich an die Hand genommen Das heißt, ich habe mit Shuggles eh schon Missionen gemacht in seinen Turboschiffen Während ich nur so eine publige Was weiß ich hatte Am Anfang hatte ich ja glaube ich auch wirklich nur die Ne, warte mal Hatte ich eine Aurora? Ne, ich habe glaube ich mit einer Nomad wirklich angefangen Auf jeden Fall War dann das nächste Problem Dass natürlich durch Shuggles auch sauviele Star Citizen interessierte Leute instant Bei mir abgehangen haben Und mich halt mit Geld bombardiert haben Und ich konnte mir halt relativ zügig in-game einfach irgendwelche Völlig absurden Schiffe kaufen Und ich diese Diesen Grind mit einem absoluten Starterschiff hatte ich nie Und klingt jetzt vielleicht komisch Aber ich will das mal machen Ich weiß aber, dass ich es auf dem Account nicht machen brauche Weil wenn man die Option hat Mit einem anderen Schiff zu fliegen Dann macht man es einfach halt auch Pommes Gabel Assassinenauftraggeber Okay, auch nicht schlecht Ja man kann schon auch relativ viel grinden in dem Game hier Es gibt so viele Sachen Wo die meisten Leute keine Ahnung haben Dass die überhaupt existieren Das ist so krass Dann müssen wir morgen mal in den Diablo Patch reingucken Mal sehen Ob das geiler ist Und vorher nochmal Durchlesen, was alles neu ist Oder verbessert Und eventuell Gucke ich am Wochenende mit Dave in Six Days in Felicia rein Vielleicht Boah, Star-Lord folgt mir auch jetzt Krass Atlas ist echt ein Ein angenehmer Quantum Drive Für solche Schiffe, ne Weil gerade die Etwas längeren Strecken Sind ja total nervig dann Mal kurz was gucken Der Freaky Driver sagt sich Dritter Monat geht klar Vielen Dank für den Sub Den Prime Sub hier gelassen Ehre Nehme ich Nehme ich gerne Moin Alles klar bei dir? Ich hoffe doch Der Suchtman Er Erdman Der ist auch unkaputtbar hier Naja Also das ist natürlich schon Eine ziemliche Strecke hier Wobei es geht natürlich auch noch schlimmer Was ist denn das längste? ArcCorp zu Microtech, ne Beziehungsweise Mic L3 zu Das ist die üble Strecke hier Aber wann fliegt man das? So gut wie nie Das Gute ist, dass man ja immer schneller wird irgendwie Wenn man so die ersten 10 Millionen Kilometer Denkt man das so uff Und dann auf einmal geht's Batz, batz, batz Ja ja Das macht nichts Mit dem Quantum Fuel Bin mal gespannt was die Wahlscher denn in Game kostet Dürft ja eigentlich teurer als eine Prospector sein Also das Savagen ist die entspannte Die absolut entspannte Tätigkeit Weil da einfach zu keiner Zeit irgendwie Stress auftaucht So richtig Das Mining ist so ein bisschen dieser Moment Wo man aufpassen muss mit dem Laser Nicht zu übersteuern Dafür bringt das Mining mehr Ist aber auch umständlicher Von der Seite aus ist es vielleicht eigentlich in Ordnung Dass es nicht so wahnsinnig viel bringt Aber also bei mir ist das Problem Ich messe halt die meisten Sachen Die Geld bringen Mit Bounties Weil für mich ist das immer noch der beste Weg Um Geld im Spiel zu machen Nicht der Effizienteste Nicht der Schnellste Aber der Beste Weil du machst die Bounty Hast die Knete instant Die kann dir keiner mehr wegnehmen Du kannst nicht überfallen werden Mit deiner Ladung Voll Gold Von A nach B Ist einfach eine Safe Bet Und sie machen Spaß Und man macht relativ viel Knete In einer Stunde Savage ist auch nur teilweise drin Jaja das ist klar Aber Trotzdem könnte man es ja so machen Dass es sich zumindest Brauchbar rentiert So und wenn die Missionen 10.000 kosten Um da hin zu fliegen Und das abzubauen Du brauchst drei Stück Um dein Schiff voll zu kriegen Zwei bis drei Und dann bringt es 90k Für den Aufwand Ist halt echt Ist ein bisschen wenig Aber vielleicht Kommen ja noch so Zwischenmissionen Zwischen den Hunderttausenden Wo was weiß ich Wie viele Schiffe rumgurken Oder man muss sich halt So ein Feld kaufen Und das dann halt Nach und nach abbauen So eins Was halt nicht verfällt Keine Ahnung Also Ich glaube Dass das interessanter wird Wenn das nachher So eine wirkliche Aufräumaktion wird Ach meine Prospector Ist da explodiert Na scheiße Die müssen erstmal Zurückholen Ich meine natürlich Die ist Aufgrund eines Server Crashes Leider abhandengekommen Ähm Also die ist gecrasht Und ich war dabei Auf dem Server Ja Also mit der Reclaimer Ist ja ganz furchtbar dann Wobei mit einer Reclaimer Lohnt sich halt So ein Hunderttausender Feld Wenn du da mit vielen Leuten bist Und das dann alles Nachher teilst Und dann vielleicht noch einen Dabei hast du ja Ein bisschen was In so ein Cargo Schiff Reinpackt An Kisten Das rentiert sich dann schon Und wie gesagt Also theoretisch Hätte das hier Natürlich durchaus Dreimal so viel Geld bringen können Wenn man zufälligerweise Eine richtige Kiste findet Man muss das wahrscheinlich Länger als ein Stündchen machen Achso die ist ja da unten Genau Genau In die Juter Stube Gut dass wir nur gecrasht sind Weil wir geposert haben Hätte nicht gedacht Dass die Karre Funken schlägt Deswegen jetzt hier Ja ja Naja vor allem Wenn du große Savage Missionen hast Dann kriegst du die ja halt auch Irgendwann mal voll Das ist schon cool Aber es ist trotzdem Ein nice Schiff Und wie gesagt Das wichtigste ist Die Tätigkeit an sich Macht Spaß Und natürlich Okay man darf eins Nicht vergessen Ist jetzt zwar auch nicht Der Riesenunterschied Aber wir haben ja auch Eine Kiste verbraten müssen Über eine Kiste Um das Multitool zu craften Was man sich Deutlich Besser Lieber vorher kauft Weil das ist halt Rausgeschmissenes Geld Ist cool Dass man es craften kann Aber es ist viel zu teuer Das mit dem Zeug zu machen Das ist wirklich nur Bevor du zurückfliegst Und es holst Und dann wieder dahin fliegst Dann lieber craften Aber Bruder Entspann dich mal Alter Wir haben selben Helm auf Also Weiß nicht Was das soll hier So Wo ist die Prospektorin? Da Drei Minuten Das ist ja Das ist ja nix Alter Oh Sind die Sind die Module Jetzt weg? Das wäre natürlich scheiße Oder sind die mittlerweile Mitversichert? Ich weiß nicht warum Die in Port Alizar ist Ehrlich gesagt Aber egal So Können wir noch kurz Noch mal was trinken Hab zwar was im Rucksack Aber der Rucksack ist ja Notfall Verpflegung Erstmal ne schöne Fizz Cola Alter Ne Okay Okay Also er hat den Den Pips Rechts anvisiert Egal Lecker Einen schönen Pips Energy A20 Ist der beste Äh wo ist der Da Und noch so ein schönes Synthetikwürstchen rein Na Eddie Danke für deinen Gechillten Stream Frage Kann man Schiffswaffen Die im Local Inventar sind Verkaufen oder nicht? Ja kann man Wenn du Einen Laden An der Location hast Die diese Waffe Verkauft Dann kannst du sie auch Da wieder verkaufen Also in Also wenn du zum Beispiel Ein Quantum Drive hast Oder sowas Der auf der Station Verkauft wird Dann kannst du den Quantum Drive An dem Platinum Bay Dort verkaufen Und so ist es auch Mit Waffen Kannst an Allen Shops Sozusagen Das verkaufen Was Das verkaufen Was sie selber Auch verkaufen Wenn das Gerade Sinn macht Ja richtig Nicer Hotdog Alna Jetzt bin ich mal Gleich gespannt Ob die Module Dort drin sind Weil ich glaube Hier geht es Die nicht Das heißt Wir müssen dann Wieder super weit Fliegen Das wäre Ziemlicher Giga Aids 30 Sekunden noch Dann wissen wir mehr Ich mach jetzt aber Nicht so den Final Countdown Oder so ein Quatsch Ich muss echt sagen Es war die beste Entscheidung ever Heute Morgen Nach dem Aufstehen Einfach eine Runde Spazieren zu gehen Das mach ich einfach Morgen wieder Also heute Das war wirklich Der ganze Tag War so viel angenehmer Einfach nur Weil ich einfach 20 Minuten In der Sonne Spazieren gegangen bin Richtig gut Kann ich sehr empfehlen So Ne Nicht die Vulture Prospector Okay Die Module bleiben drin Ein Glück Alter Das hätte mich Übertrieben angekotzt Ne Aber man sieht auch Ne Also das färbt er Nicht mit ein Der Skin ist ja Voll scheiße Dann also die ganzen Prospector Skins Wenn die das nicht Mit einfärben Warum Warum färben die Denn die Düsen Nicht mit ein Das ist ja lazy Der geht zurück Alter Ja dann lasern wir Noch eine Runde Alter Da hab ich noch Bock drauf Irgendwie ein Zwei Ladungen Noch dazu packen Dann lohnt sich das Wenigstens in ein Zwei Tagen Auch wenn man den Scheiß dann abholt Ja ich verkaufe leider Die meisten Sachen Irgendwie auch nicht Ich vergesse das auch Immer Also bei manchen Sachen Würde es sich sogar Lohnen wahrscheinlich Die in sein Schiff Rein zu packen Dahin zu fliegen Wo das verkauft wird Und es dann zu Dort zu verkaufen Weil die Komponenten Natürlich teilweise Relativ teuer sind Ich hab jetzt Richtig viel Geld Verloren Weil ich zum Beispiel Die Vanguard Hab ich ja Eingeschmolzen Ich hab vorher Die Sachen alle Ausgebaut Hab auch Logger Einen halben Tag Gewartet Hab sie dann Eingeschmolzen Und dann waren Die Sachen aber auch Verschwunden Die Komponenten Prinz Pilav Danke für den Raid Was geht ab Her mit deinen Dragonballs Äh Nee Hier gibt's nur Space Laser Gerade Pilav Angriff Her mit den Dragonballs Wie war der Stream Ich hoffe doch gut Kennt ihr das Spiel Spielt der Mann Aus Star Citizen Oder was gab's Was habt ihr getrieben Oder habt ihr Diablo Gegrindet Oder Oder irgendwas Sinnvolles mit eurem Leben gemacht Wie über Politik Geredet So wir fliegen Wieder nach YouTube Und lasern Selbsterstatter ISC Alles klar Perfekt Dann wisst ihr auch Ganz genau Dass ihr natürlich Falls ihr jemals Ein Account macht Natürlich auf jeden Fall Mein Referring Code Ähm Spaß Wir haben Vorhin ein bisschen Mit der Prospector Rum gelasert Jetzt sind wir eben Ein Stündchen mit der Walcher rumgeflogen Haben ein bisschen Salvaging Missionen gemacht Haben dann festgestellt Haben dann festgestellt Dass sie sich nicht lohnen Wenn man keine guten Kisten findet Selbst wenn die Walcher danach voll ist 30.000 bezahlt 90.000 Eingenommen Und deswegen Bin ich jetzt zurück In die Prospector Gehopst Lasern wir jetzt noch Ein paar Space Steine Weg Kommst du leider ein paar Jahre zu spät Ja das ist okay Das ist okay Ja aktuell ist geil Also ich hatte Wir hatten beim ersten Server quasi Instant Nen 30k Aber danach sind wir Auf den Server hier Und der läuft halt Wie ein Zauber Jetzt zeigt er wieder Nicht an Was auf der anderen Seite vom Planeten ist Aber rein von den Kilometern müsste das Auf der anderen Seite sein Glaube ich Hoffe ich Weil nachts rumlasern Ist ja totaler Quatsch Kannst du gut aus Solo Walcher bekommt Solo 23 bis 24 Kisten rein Was Ne Wie sollen die denn Da reinpassen Also wir hatten Zwölf Und es werden Maximal noch Eine im Stash Und eine davor Möglich gewesen Das passt Ja aber nicht Auf dem Grid Mit Wiggle Physik Oder was Ja aber selbst da Kriegst Also Okay dann gehst du halt Durch dein Cockpit raus Verstehe schon Was ist das denn hier Das kenn ich ja gar nicht Lol hier war ich Noch nie Was ist denn Der Icebreaker Das ist ja voll Die City Alter Lol Krass Da gurkst du hier Einfach so Durch die Gegend Und findest erstmal So eine fette City Hier Oder einen Hafen Oder sowas Das ist ja krass Hab ich noch nie gesehen Cool Das ist auf Uturp Das hab ich noch nie gesehen Das sind über die geilsten Momente Im Star Citizen Wenn man auf einmal Über irgendwas stolpert Was man noch nicht kennt Einfach nur durch Erkunden Das ist ja voll geil Landen wir erstmal hier irgendwo Und gucken uns das mal an Wenn man hier runter darf Ist natürlich jetzt die Frage Auf jeden Fall fliegen wir mal drüber Und gucken mal Ist natürlich die Prospector Auch das perfekte Schiff Weil diese riesige Scheibe Ist so geil Das ist ja absolut cool Einfach völlig zufällig drüber gesteuert Ich mein es ist ein Sprungpunkt Aber wann fliegt man schon mal Alle Sprungpunkte ab hier Warte mal Ich will mir das da vorne nochmal angucken Die Surprise Entdeckung beim Mining Grit ist was für Schattenparker Ja genau Oder für Leute Die einfach ihr Schiff Und ihr Leben behalten wollen Das ist schon mutig oder Ohne Grit durch die Gegend zu fliegen Ich weiß nicht alter Ich hätte da Angst Bei meinem Glück Würde ich explodieren Das ist doch gefroren hier oder Das ist ja abgefahren hier Das ist halt einfach so ein Hafen Das sind sogar Container Und so ein Scheiß Ist hier auch irgendwo ein Landepad vielleicht Manchmal haben sie sowas Ja Ist das hier für Boxmissionen oder was Das ist ja voll nice Geil Das ist cool Vielleicht auf dem Dach Das könnte sein Das sieht fast aus Als ob da Pets sind Ne Nur Sachen die noch nicht Reingeklippt waren Ja das ist ja geil Alter Aber ganz spontan Hier was gefunden Sehr schick Siehst du Sie bauen sich hier Einfach so ein Ding hin Und sagen sich Irgendwer wird schon drüber stolpern Alter Drück mal die Lösch-Taste Ne ne du liest mal Erstmal schön meine Chatregeln Mein Freund Alter Backseat Gaming ist hier nicht Erst recht nicht getrolltes Backseat Gaming Wird hier nicht Mein Selbstzerstörungsmechanismus Aktivieren Außer du hast vielleicht 100 Euro auf Halde Dann würde ich vielleicht einmal drücken Muss ja sehen wo man bleibt So mal gucken Also Mining ist jetzt richtig geil Ich weiß nicht ob ihr das in einem neuen Patch schon gemacht habt Aber also das ist viel cooler als vorher Haben wir vorhin festgestellt Diese Formation von Felsen ist ja auch sick hier Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus Die gute Musik hast du sicher VOD ist deaktiviert Äh ne in den VODs ist die Musik nachher weg Kannst du in OBS einstellen Zwei Tonspuren Eine ist für live Die andere ist für VOD Supported Twitch jetzt schon eine Weile So den werden wir wahrscheinlich gar nicht aufkriegen hier Impossible Yo Keks Danke für sieben Monate Very nice Dafür war ich bisher zu blöd Das gibt in OBS in den Soundsettings Ähm Weißt du wie du verschiedene Tonspuren aktivierst in OBS Du kannst ja sagen Du hast also irgendwie so 6, 7 Spuren Dann kannst du so Häkchen setzen Welche Soundquelle wo auftaucht Wenn du das eingestellt hast Dann musst du am Ende nur noch quasi eine Also ich hab das bei der letzten Das ist alles aktiv Nur die Mucke nicht Und dann äh Kannst du sagen Das ist die VOD Spur Wobei wenn du natürlich jetzt Obwohl ich gehe mal davon aus Du wirst da wahrscheinlich auch irgendwie ein GoXLR oder sowas haben Guck mal da ist da schon mal Barrel Ist da schon mal nice Das nehmen wir schon mal mit Ich kann dir Warte Für den kleinen Raid kann ich ja mal kurz gucken Ich kann dir genau sagen wo das ist Und zwar gehst du in Settings Dann gehst du in Output In OBS Und da steht dann Audio Track Und da drunter steht Twitch VOD Track Und da machst du einfach nur einen Haken Und wählst die Tonspur aus Auf der halt die Musik dann nicht läuft Ich hoffe ja dass sie es irgendwie noch machen Dass man das als Option für die Zuschauer anbietet Dass sie zwischen den beiden Tracks im Live Wählen können Weil manche Leute wollen ja keine Musik hören Und dann könnten die einfach quasi Auf die Lichtmusikspur schon vorher wechseln Bevor es zum VOD wird Aber das ist super leicht zu finden 21.000 Alter krass Gut ist jetzt auch nicht so der Wertvolle Scheiß drin Mehr ist hier nicht Okay das ist eine In der Stadt Da wird wohl nichts sein Fliegt das mal hier an der Küste Ein bisschen ab Vielleicht findet man es dann nachher auch wieder Weil es da was Gutes ist Jedenfalls wünsche ich noch viel Spaß Muss morgen früh raus Und die Kleine in die Kita bringen Alles klar Dann schlaf mal gut Vielen Dank für den Raid Und ja ich Mit Kita dauert noch ein bisschen bei mir Meinem Sohnemann Ist Eye-Tracking ohne VR-Headset auch so nice? Eye-Tracking ist super Ich finde es sogar geiler als VR Weil ich hier einfach vor meinem 42 Zoll OLED-Fernseher Einfach ein tausendmal schärferes 4K-Bild habe Als mit einer VR-Brille auf Und bei 42 Zoll am Schreibtisch hier Sieht man jetzt Eigentlich auch nicht wirklich Viel vom Rand Aber ja also Head-Tracker ist übel nice Also es ist eins der besten Upgrades Finde ich für Star Citizen Weil allein fürs Kämpfen Dass du dich da umgucken kannst und so Ist mega nützlich Dann habe ich noch ein Stream Deck dran Wo animierte Knöpfe drauf sind Für Star Citizen Da gab es dann irgendwo mal so ein Plug-in Das wäre Barrel Aber den kriegen wir nicht klein Das ist ja alles so eine Mutantensteine jetzt hier Laranit Das weiß ich jetzt nicht Ob Laranit nicht auch schon eine Idee ist Aber es liegen überall so direkt abbaubare Steine jetzt rum Das ist ja auch geil Also man kann theoretisch doch einfach nur Wie so ein Geier Einfach nur die kleinen Brocken hier einsammeln Das ist cool Oh scheiße War im Extraction Mode noch Speichert das Ja du darfst noch ein bisschen bleiben Auf jeden Fall Klar Der Erdmann hat nichts zu melden Auch wenn er ein Sub-Batch hat Das ist schon okay So was ist das hier Und da ist auch Barrel drin Der ist auch easy Fenster sieht auch gut aus Das können wir mal machen hier Wieso darf ich nicht mehr Mit der Maus steuern Alter Was ist Was zum Fick habe ich gedrückt Das gibt irgendeinen Knopf Was ist denn das Um ein H den Autopilot Nicht auf der Tastatur Irgendwelche wilden Knöpfe drücken Das ist eine ganz schlechte Idee Oh Alter Okay Der Laser ist schon auf Minimum Für einen kurzen Moment habe ich gedacht Jetzt habe ich es übertrieben Äh jetzt kann ich wieder Okay whatever Ich weiß nicht ob es an meiner Kontrasteinstellung liegt Oder so Ich finde die Schrift unheimlich schwer zu lesen Kupfer brauchen wir nicht Mit Glück ist das ganze Barrel Wieder in einem Klumpen drin Auch Kupfer Ich hasse das Wenn die so ineinander liegen Es ist so dumm Wie das was War halt auch nicht so der mega große Stein Muss man sagen Auch nur 20% leider Aber egal Nehmen wir jetzt mit Ist ja auch nur so ein So ein kleiner Happenpappen gewesen Ist noch etwas weggeflogen Nö War hier noch mehr Ja Den hatten wir geguckt Den hatten wir auch geguckt Habe ich nicht eben noch mehr Stein Symbole gesehen Achso das waren die unten Okay dann fliegen wir nochmal weiter Die Richtung müssen ne Gucken wo es da noch liegt Und einfach so viel mehr Spaß Einfach die 80% der Steine Die man findet auch irgendwie nützlich Abarbeiten zu können Anstatt halt 3 Stunden lang Nach einem Quantanium Vorrat zu suchen Gestrichelte Icons sind auf der Rückseite Leute ich weiß das alles Bitte haltet euch einfach an die Chatregeln Aber wie ihr gesehen habt Waren da keine gestrichelten Linien Deswegen habe ich ja gesagt Man sieht nicht Ob es auf der Rückseite ist Weil eben die gestrichelten Linien Nicht da waren Sondern das waren komplette Linien Und genau deswegen mag ich kein Backseat Gaming Weil mich das direkt wieder aufregt Alter Ich weiß das Und selbst wenn ich es nicht wüsste Wäre es auch egal Würde ich halt zu Not Lieber dumm sterben Also ich Ich möchte nicht Andauernd irgendwelche Tipps Aus dem Hintergrund haben Die Nach denen ich nicht gefragt habe Ist auch nicht böse gemeint Aber ich möchte einfach selber spielen Hier könnte was dabei sein Und doch ich sehe euren Chat auch Natürlich Da passiert nur so wenig Dass ich manchmal eine Zeit lang Nicht reingucke Ist ja auch in erster Linie Für den VOD gedacht Später Oh oh Was haben wir denn hier Feines Alter Guck mal Das ist nämlich genau das Gute Das findet man zur Not gleich wieder hier Wenn das jetzt zufälligerweise Hier viel gutes Zeug ist Oder es direkt an dieser City ist So was haben wir da Der ist doch easy zu knacken Gold Warte mal What impossible Achso der hat eine hohe Ups Der hat eine hohe Resistance Aber ist das So dass wir Oh Gott Alter Das ist wieder so ein Mini Ja den kriegen wir nicht klein Ach der hat 73.000 Ich dachte 7.000 Alter Ja okay Ich hab mich verlesen Alter So was haben wir hier Aber das ist ja schon mal eine Goldecke hier Das ist doch schon mal Barrel und Gold Ups Muss unbedingt die Knöbber auf dem Hotas neu belegen Muss hier so ein Mix aus Maus und Hotas spielen beim Mining Wobei es ja Ein hohes Sass ist Stick and Stick Alles gut Mach nix Es ist nicht schlimm Ich möchte es nur halt in der Deutlichkeit sagen Damit nicht in 2 Minuten der nächste damit anfängt Weißt du Es hat auch nichts mit dir zu tun Ich bin nicht böse Es macht mich auch nicht wirklich sauer In dem Sinne Also das war jetzt auch nicht Korrekt ausgedrückt vielleicht Aber Für mich ist das immer so befremdlich Wenn dann einer dann was sagt Was man selber weiß Und dann aber selber übersieht Dass es halt da genau eben nicht so war Wie er gesagt hat Und dann muss ich leider klug scheißern Das ist so ein Ja ist leider so ein innerer Zwang irgendwie scheinbar Was haben wir hier noch Ich habe keine Ahnung was das ist ehrlich gesagt Natürlich hat nur der eine Megastein Gold Guck mal wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine Mole hätte Könnte man locker da hinfliegen Und die eben komplett Komplett zerledern Guck mal das sieht auch gut aus hier Wobei Der natürlich auch ein absolut fucking winziges Scheißfenster wieder hat Woa Chirurgische Präzision alter Das ist Quarz Aber jetzt noch Wenn du jetzt noch ein Schiff hast Was dann noch so ein Traktorbeam hat Beziehungsweise ein Wie heißt es Doch Traktorbeam ne Ja Dann kannst du die Steine noch ein bisschen beiseite packen Die man nicht braucht Das wäre natürlich richtig geil Weil die liegen teilweise halt einfach echt so innen anders Einfach nur nervig Barrel, Copper Leider echt ein bisschen viel Müll dabei auch ne Guck mal Guck mal Alter Der hat nur 10% Barrel Das ist natürlich echt nur so ein Da kann man vielleicht noch den Rest mit auffüllen Aber das Das sieht gut aus Muss die Bremse gedrückt halten Sonst fliegt das Raumschiff weg Achso wir sind voll Gut Lohnt sich aber auch nachher nicht mehr Der hier nochmal Genau zu der Stelle wahrscheinlich zu fliegen Aber generell ist das keine schlechte Ecke Um anzusetzen ne Weil es ist halt leicht wiederzufinden Wenn du dann doch so einen fetten Goldbrocken mal aufkriegst Richtig angenehm Das Mining Gott Alter Hab ich das früher geahnt Hätte ich das schon viel früher mal im Stream wieder gemacht Einfach komplett drauf geschlafen Das ist nicht die Station Das ist die Station Und ich darf keine Route setzen Natürlich nicht Belastend Alter Siehst du hier ist Da Da ist ne gestrichelte Linie Aber die anderen waren so wie das Die Raute da Und dann bin ich hingesprungen Und es war trotzdem Auf der anderen Seite Obwohl es keine durchgestrichene Linie war Das ist aber irgendwie Seit dem Patch scheinbar öfter Oder ist mir früher nicht so doll aufgefallen So und darf ich jetzt vielleicht Einen Wegpunkt setzen Das wär fucking nice Ne darf ich nicht Ich darf da einfach nicht hin navigieren Alter Hallo Oder haben wir jetzt 30k doch noch Was ne Scheiße Zwei Sekunden eingeschaltet Erst zum OM-Marker fliegen Dann kannst du springen Guck mal Hättest du dir zwei Sekunden Zeit genommen Die Chatregeln zu lesen Wüsstest du A Dass Backseat Gaming nicht gewünscht ist Und B Dass es gar nicht mein Problem ist Ich kann Das Ziel Nicht anvisieren Hier Ich konnte mir keine Route einstellen Es ging gar nicht darum Nicht zu springen Ich bin übrigens Literally vor vier Sekunden Bevor du reingekommen bist Gesprungen Also es ist wirklich Nicht das Problem gewesen Ist aber auch egal Wir haben es ja gepackt Das kennt man ja mit der Star Map Wenn man irgendwo nicht anvisieren kann Springt man ein, zwei Minuten her Und dann geht es auf einmal wieder Klassiker Ist nicht mein erstes Rodeo Cowboy Roten gehen zur Zeit Zu 99% nur bei OM-Markern Okay Hatte ich bisher nicht den Eindruck Aber gut zu wissen Trotzdem Wird er einfach an die Chatregeln halten Das ist für mich nicht schlimm Ich frage sonst gezielt nochmal nach Wenn ich irgendwie das Gefühl habe Ich komme nicht mehr nach Es ist alles gut Aber du bist auch nicht das erste Mal hier Das weißt du doch eigentlich Wie geht es dir überhaupt Ich habe tatsächlich einfach Die letzte Zeit Relativ vier Star Citizen Wieder gespielt Seit dem 3.19er Patch Kann man das echt Fast schon wieder anbieten Manche Tage gehen nicht Dann muss man einfach gleich raus Aber ansonsten Doch sehr angenehm Aktuell Stellenweise Fast gut Ja Mal gucken Hoffentlich macht der nächste Patch Es nicht wieder kaputt Sondern Macht es von fast gut Zu gut Das wäre wünschenswert Tatsächlich hatte ich Zum Beispiel Also ich mache halt Relativ viel Bounties Ähm Ich hatte gerade noch Gestern gedacht Dass das mit der Star Map Relativ gut funktioniert Aktuell Aber diese komischen Stationen Sind ja oft auch irgendwie Total scheiße anzuvisieren Jeder Patch ist fast gut Na komm Also es gab eine Zeit Da war das Spiel schon Relativ gut spielbar Und dann haben sie es Komplett ruiniert Mal 3.18er war eine Vollkatastrophe Da ging ja gar nichts mehr nachher Aber das war ja auch Irgendwo klar Ich hatte heute Mittag Wo ich aufgenommen habe Direkt erstmal eine Cutlass in meinem Hangar Die da schwebte Dann habe ich sie Also die Motoren war auch Also Düsen war alles an Dann bin ich ein bisschen hoch Dadurch ist sie dann Ein Stück gegen die Decke geflotet Und dann konnte ich raus Geile Space Moog Nochmal 3.16er war wirklich gut Ja Das war die Das war die gute Zeit Das war auch ziemlich so die Zeit In der ich Angefangen habe Das ist relativ aktiv Dann zu spielen Also ich hatte echt Einen guten Einstieg Vielleicht habe ich deswegen Auch ein besseres Verhältnis Zu dem Game Als manch anderer Ich habe tatsächlich mal erlebt Wie es Brauchbar funktioniert Aber die letzten War mir auch fast nicht gezockt Also es war mir zu Zu kaputt Jetzt sind ja mittlerweile sogar Die Bounties richtig geil Also die sind ja richtig spannend Die VHRTs sind ja Schon fast schwer Zwischendurch Mit der guten KI jetzt Und den Schiffen die so viel aushalten Wie sie tatsächlich auch Eigentlich aushalten würden Nicht solche Papierversionen Davon Weil man halt PVE spielt So Hier jetzt nicht wieder crashen Bitte CRG will uns derzeit auch Hier quälen Entweder Freefly oder Events Das mögen die Server Ich habe nicht mehr gehört Das stimmt natürlich Auf der anderen Seite Ist natürlich irgendwo auch clever Dass sie es machen Weil zum einen Wenn du die neuen Features Gleich unter so einer Katastrophalen Bedingung testest Dann läuft es halt hinterher Wahrscheinlich einfach runder Und besser Und du hast halt wirklich Einen Stresstest gemacht Und natürlich klar Aktuell Immer mehr Leute Interessieren sich für das Game Und tatsächlich ist ja so Obwohl die Freefly Immer die beschissenste Zeit sind Sind danach Jedes Mal Was weiß ich Wie viele Leute Extra Neue Spieler dabei Also die Leute Nach dem Freefly Kaufen das Game Trotzdem Ups Das war der falsche Oh nö Warte mal So Ja das muss unbedingt Irgendwie auf den Stick Noch gelegt werden Hm? Please proceed To assigned landing Bank That request Is to be being brought Das ist Landing gear Down Gucken, ob wir was abgekriegt haben bei der Explosion. Meine richtige Explosion, kann man es eigentlich nennen? Nö. Chirurgische Präzision, Alter. Sag ich doch. Alles klar, Edmund, hau rein. Denk dran, morgen kommt ein neues Video bei YouTube. Wehe, du bist nicht der Erste, der wieder kommentiert, ne? Für jetzt Liste. Mining ist wirklich ein cooler Gameplay-Loop jetzt. Da muss ich halt sagen, werde ich wahrscheinlich sehr bereuen, dass ich die Prospector einschmelze. Aber dann kaufe ich mir dann in-game eine oder so. Ist ja nicht schlecht, eine Prospector zu haben. Allerdings mal gucken. Also wenn es mit dem Solo-Mule auch genauso viel Fun macht oder vielleicht sogar mehr. Keine Ahnung. Das ist halt super praktisch hier, ne? Mit der Prozzi. Aber wenn es mit dem Mole auch Solo-Fun macht und nicht zu stressig ist mit dem Hin-und-Her-Geswitchel, dann bereue ich es vielleicht nicht. Da muss ich lang. Leicht desorientiert. Ja, die Reclaimer hätte ich ja auch eingeschmolzen, wenn ich eine hätte. Ich hatte halt auch erst überlegt, bevor der Patch kam, ob ich dir nicht eins von meinen teureren Schiffen umplätsch. Aber nö. Das war mir schon irgendwie auf dem PTU klar, dass mir die keinen Spaß macht in dem Zustand. Und tatsächlich glaube ich auch trotzdem immer noch, wenn du selbst mit einer Vierer-Truppe bist und mit zwei Vultures und irgendwie einem Transportschiff, was einfach nur die Kisten immer wegfliegt, trotzdem besser dran als mit einer Reclaimer. I don't know. Kommt mir halt einfach so vor. Ich mein Multitool noch, ja. Mein Zeug heute nicht einmal verloren. Richtig geil. So, was sagt der Wert? Naja, 24.000, okay. Barrel 17k. Ein bisschen Gold noch. Das ist aber... Okay, also Laranit ist auch nicht so schlecht. Muss ich mir also auch merken. Ich spiele fast nur mit vielen Leuten. Um Geld geht's uns nicht. Wir wollen geile Loops für viele Spieler. Ja klar, aber auch das kannst du natürlich auch in der Flotte sozusagen machen. Das ist halt ein Haufen Reclaimer, äh, ein Haufen Vultures, ein paar, was weiß ich, MSRs, die da rumfliegen und ein paar Leute, die die Kisten hin und her packen mit den Traktorstrahlen. Dann machst du so eine Hunderttausende Mission, da sind auch überall noch Kisten in den Wracks drin. Ist auch cool. Auf jeden Fall spannender finde ich als mit der Reclaimer aktuell. Da geht schon was. Naja, also heute ging es mir zum Beispiel auch überhaupt nicht ums Geld. Ich wollte deswegen, also ich meine halt das meiste weg, was ich so finde. Nicht die falsche Methode nehmen, dass der das aber auch nicht speichern kann hier, ne? Sehr schön. Das hat sich doch gelohnt. Ein Caterpillar, vier Vultures, sowas ja. Ja klar, Reclaimer ist schon cooler, aber ich glaube so richtig cool wird es erst, wenn das Munching drin ist. Ich baller. Ich baller auch am liebsten, also für Geld baller ich auch am liebsten, aber also ist schon geil so ein Ausflug mit Mining heute. Das hat echt Spaß gemacht, das war super chillig. Mir ist sehr gut gefallen. Aber ich muss dann jetzt auch sagen, nach fünf Stunden Mining und Savaging und Chillen ist jetzt auch dann gut. Das war auf jeden Fall ein sehr nicer Stream, muss ich sagen. Ich hoffe ihr hattet auch Spaß und habt euch gut amüsiert. Und dann würde ich, denke ich mal, euch einfach woanders hinschmeißen, wo ihr dann noch eine Runde chillen und lurken könnt. Ich denke, Mining könnte ich öfter vielleicht mal machen. Vielleicht mache ich tatsächlich auch mal auf Eddy Uncut mal einen 4K-Stream mit Mining und mache da ein bisschen so Space-Mugge noch an. Ich habe da ja noch eine Playlist, die ich auf YouTube benutzen kann, die auch im VOD gespeichert bleiben kann. Kommen die auf YouTube auch mal in den Genuss. Wenn ihr Streams verpasst, sowas hier zum Beispiel, ist immer hinterher dann nach einem Tag oder zwei auf Eddy Uncut in 2K. 1440p, WQHD, zum nachträglichen Gucken verfügbar. Wenn ihr das nebenher laufen lassen wollt, dann hilft mir das natürlich auch. Ist ja auch nur ein Zweitkanal, aber Watchtime nehme ich natürlich trotzdem immer mit. Und heute Abend ist Mittwoch. Da bin ich auch am Start und ich gehe mal davon aus, wir gucken heute Abend mal in den D4-Patch rein. Und je nachdem, ob der schockt oder nicht, machen wir danach vielleicht noch was anderes. Da halte ich mir die Option zum Ballern auch offen. Ja, wünsche euch auch noch einen schönen Tag.